Hi, hier ist Andi von den Comic Cookies. Viel Spaß mit unserem neuesten Special. Cookies, Comic Cookies, lecker. Hallo zusammen, Andi hier. Ich möchte, bevor ihr jetzt dann das wunderbare Gespräch mit Lena zu Dr. Slump hört, kurz zwei Sachen richtigstellen. Mir sind zwei Ungenauigkeiten eingefallen oder aufgefallen nach der Aufnahme. Und ja, das möchte ich eben kurz noch klarstellen. Wir haben an einem Punkt über Verena Maser gesprochen und da erwähne ich, dass sie da kürzlich zu Gast war im Podcast von Lara und Carlos. Und zwar sage ich da, dass sie da im Yay Comics Podcast zu Gast war. Das stimmt so nicht. Sie war zwar bei Lara und Carlos zu Gast, aber die machen ja auch noch den Podcast zur Comic Invasion in Berlin und dort war Verena zu Gast. Also das ist die Comic Invasion Podcast Folge vom 16. August mit Lara, Carlos und eben Verena Maser. Und an einer anderen Stelle sprechen wir über Detektiv Conan. Da sage ich was zur englischen Version von Detektiv Conan und behaupte dort, beziehungsweise sage da, dass die Figur im Original oder im Deutschen Conan Edo-Gewa heißt und im Englischen Jimmy Kudo. Das stimmt so auch nicht ganz. Die Conan Edo-Gewa ist zwar das alter Ego quasi der Figur Shinichi Kudo. Und das ist natürlich der Name, wofür dann im Englischen Jimmy Kudo das Äquivalente ist. Also das war ein bisschen durcheinander. Also wie gesagt, diese zwei Sachen wollte ich bloß noch kurz vorne wegstellen, dass da niemand sich wundert während der Folge. Falls ihr noch weitere Ungenauigkeiten findet, die mir jetzt noch nicht aufgefallen sind oder nicht eingefallen sind, schreibt uns gerne dazu, kein Problem. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Lena und unserem Gespräch zu Dr. Slump. Herzlich willkommen zu dieser Zwischenfolge der Comic Cookies. Das ist vielleicht ein Comic-Krümel. Schauen wir mal, wie lange wir heute machen. Es ist eine kleine Sonderfolge mit mir, dem Andi aus Nürnberg. Und ich habe heute als Gast dabei Lena, auch aus Nürnberg. Hallo Lena. Hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Wir müssen dich natürlich auch ein bisschen vorstellen. Aber vorneweg, wir werden heute über den Manga Dr. Slump reden, weil wir das schon seit eineinhalb Jahren geplant haben. Du warst zu Gast in einer Folge von dem anderen Podcast, bei dem ich auch dabei bin, Das Alles. Und da kam es irgendwie auf das Thema Dr. Slump. Und da habe ich gesagt, Mensch, ja, wollte ich auch schon immer mal lesen. Muss ich mir endlich mal besorgen. Und dann haben wir irgendwie rumgesprochen und gesagt, okay, da nehmen wir mal was zu auf. Und dann hat es sich ein bisschen hingezogen. Wir haben jetzt auch schon ein paar Termine gehabt, die wir dann irgendwie doch mal wieder verschoben haben. Aber jetzt sind wir endlich hier zusammengekommen und reden über Dr. Slump. Klassischen Manga aus den 80er Jahren. Aber jetzt gerade für die Comic-Cookies, für die Hörenden der Comic-Cookies, die werden wahrscheinlich nicht alle, auch das Alles, Hörer und Hörerinnen sein und dich deswegen vielleicht zumindest aus dem Podcast-Kontext noch nicht kennen. Vielleicht kennen dich ein paar Leute auch irgendwie einfach so schon, weil du natürlich auch zeichnend deine Zeit verdienst und dein Brot verdienst. Du bist hauptsächlich auf Instagram bekannt als Bopo-Lena. Genau. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen, was du da machst und was du auch sonst noch illustratorisch so machst. Ja, gerne. Ja, ich denke jetzt mal, dass die meisten der Zuhörenden mich nicht kennen, weil so bekannt bin ich auch gar nicht im deutschen Raum. Beziehungsweise vielleicht wird das noch, gucken wir mal. Also in der Comic-Szene werde ich bekannter, aber außerhalb der Comic-Szene kennt mich niemand. Und ja, ich, also mein voller menschlicher Name ist Lena Dürschel und auf Instagram findet man mich eben unter Bopo-Lena, also Body-Positive-Lena. Das sage ich jetzt immer dazu, weil ich dachte, dieses Kürzel ist so total offensichtlich. Aber ich habe jetzt, ich wurde jetzt immer wieder von Leuten angesprochen, die mir halt dann Jahre später sagen, ach, das soll Body-Positive heißen. Jetzt. Und die haben sich immer gewundert, warum Po in meinem Namen drin ist. Ja, genau. Und auf Instagram zeichne ich jetzt seit fünf Jahren Body-Positive-Illustrationen und poste halt immer eine pro Woche. Und das macht mir auch super Spaß. Und da arbeite ich halt immer in Serien. Also ich habe erst allgemein Body-Positive, also mich mit dem Konzept beschäftigt. Und dann habe ich mich darauf konzentriert, immer für spezifische Gruppen zu zeichnen. Also ich habe dann Body-Positivity für Männer gezeichnet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Illustrationen, aber insgesamt sind es jetzt, glaube ich, so um die 50, die jetzt nur spezifisch für Männer sind. Und dann habe ich auch mich ganz kurz mal mit Non-Binary-Leuten beschäftigt und dann jetzt ganz lange mit intergeschlechtlichen Menschen. Einfach weil das Gruppen sind, die halt so in dieser Body-Positive-Szene unterrepräsentiert sind oder wo halt nicht drüber gesprochen wird. Um nochmal das Konzept Body-Positivity kurz zu erklären. Das kommt so aus dem Fat-Acceptment-Movement. Also es geht darum, dass man halt dicke Leute, fette Leute nicht diskriminieren sollte. Und halt auch diese Worte dick und fett sind halt eigentlich nur Bezeichnungen wie auch dünn. Also es ist eigentlich keine Beleidigung und es sollte auch nicht als Beleidigung benutzt werden. Und nur weil jemand irgendwie dick ist, ist es halt nicht dein Recht, die Person irgendwie scheiße zu behandeln, scheiße anzugehen oder zu diskriminieren. Also es ist ganz oft auch, dass Ärzte da ziemlich übel sind. Also es gibt auch eine systematische Diskriminierung. Und das hat sich halt ausgeweitet in alles andere, was so Körperlichkeit betrifft, weil unsere Gesellschaft ja auch einem totalen Schönheitswahn verfallen ist und das mit Social Media jetzt nur noch stärker wurde. Und genau, dieses Body-Positivity-Movement ist so ein bisschen so eine Gegenbewegung. Ja, und damit befasse ich mich halt und plane auch gerade schon meine nächste Serie, die in ein paar Monaten starten wird. Und da geht es dann um Transkörper. Also ich versuche da alles abzudenken. Transmänner, Transfrauen und auch wieder nicht-binäre Leute. Genau, aber genug vom Instagram-Kanal. Ansonsten arbeite ich im Bereich Illustration und Comic. Und jetzt auch seit diesem Jahr mache ich Sensitivity-Reading und Workshops. Also das hat sich jetzt ziemlich erweitert, was aber ganz cool ist. Ja, und im Bereich Illustration mache ich so ein bisschen alles. Also ich bin jetzt nicht im Kinderbuch unterwegs. Da habe ich mich nie beworben in die Richtung. Aber ich habe halt für Agenturen gearbeitet und für unterschiedlich große Firmen und manchmal auch für Privatpersonen. Und Anfang des Jahres habe ich ein Comic-Projekt für die HAW in Hamburg gemacht. Also solche Sachen ist auch ganz spaßig. Und ja, ich habe am Anfang sehr viel so im Werbebereich gemacht, aber versuche mich davon eigentlich wegzubewegen und versuche irgendwie mehr Jobs an Land zu ziehen. Oh shit, ich habe mein Handy noch nicht. Oh fuck. Ach, so ein bisschen Hintergrundmusik ist doch fein. Sonst habe ich das immer lautlos. Und heute ist es halt mal nicht lautlos. Sehr gut. Ja, ich versuche einfach mehr Jobs in die Richtung zu finden, die mich halt auch selber irgendwie interessiert und fasziniert. Genau, wie zum Beispiel so politische Sachen wie Body Positivity oder LGBTQ-Plus-Rechte oder Mental Health. Aber natürlich auch Sachen, die einfach spaßig sind. Und also, um da auch den Bogen zur Dr. Slump zurückzuschlagen. Dinge, die einfach Freude machen, wenn man sie anguckt. Genau. Und das mache ich, um mein Brot zu verdienen. Ja, wer natürlich so die Langfassung davon sich nochmal anhören möchte, kann das dann eben bei der besagten Das-Alles-Folge tun. Das wäre die Folge Das-Alles-208 im Titel Lena Dirscherl aus dem Juli 2020 anscheinend. War das schon im Juli? Ich dachte, das war früher. Aber es kann sein. Unsere Aufnahme war viel früher, aber es wurde dann im Juli veröffentlicht. Ah ja, siehste, das war dann das wahrscheinlich. Nochmal ganz kurz zu deinem Instagram-Account, was mir die Tage auch so aufgefallen ist, fand ich ganz gut. Also du hast fast 21.000 Follower, das ist ja schon mal nicht ganz wenig. Sehr gut, finde ich. So jetzt mal beim groben Durchscannen. Also du hast auch jetzt im Juli, genau zum Jubiläum der Folge, hast du einen Post gemacht. Das ist, glaube ich, dein erfolglosester Post des Jahres wahrscheinlich mit irgendwie 124 Likes. Hat wahrscheinlich, war nicht so interessant bei den Hashtags wahrscheinlich. Und dann hast du vor ein paar Wochen, also die meisten anderen Posts bewegen sich irgendwie so zwischen 500 und 1.000 oder 2.000 Likes. Und dann hast du vor ein paar Wochen diese Serie zu Male Body Positivity, ich glaube auch neu, also wieder gepostet. Ich glaube, das war ältere. Und die hat jetzt fast 40.000 Likes. Das ist schon enorm, ne? Ja, hey, das ist, das hätte ich, das habe ich auch nicht kommen sehen. Also genau, ich habe im Anfang August, habe ich eben mein, mein Fünfjähriges gefeiert und habe mir das eben auch so geplant, dass ich in der Woche jeden Tag was poste und habe mir halt überlegt, so okay, ich kann so ein bisschen so die alten Sachen, die ich gemacht habe, einfach nochmal neu aufsetzen. Und habe mir eben gedacht, ich mache einen Post zu Male Body Positivity, einen zu Female Body Positivity und einen zu Non-Binary und Intersex Body Positivity. Und dazwischen streue ich halt noch so Giveaways und noch eine Kollaboration. Das war so der Plan, habe ich auch gemacht. Und dann ist eben das mit dieser Male Body Positivity. Und ich glaube, die Ilus sind halt drei Jahre alt oder so. Oder vielleicht vier, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall schon recht alt und habe halt dann so zehn der besten Bilder rausgesucht und das gepostet und das Ding ist so explodiert. Und ich habe das nicht kommen sehen. Also das ist, das ist wirklich noch nie passiert. Wie du es gerade gesagt hast, so der, der Durchschnitt ist 500 bis so 1200 Likes pro Bild. Und ich glaube, mein, mein erfolgreichster Post davor hat sich so um die 6000 oder 8000 Likes bewegt. Also das war schon so eine Ausnahme. Und seitdem ich das gepostet habe, was jetzt drei Wochen her ist, habe ich eben in kürzester Zeit so 1500 neue Follower bekommen und habe halt diese 2000 geknackt. Die 20.000 Follower meine ich. Und dann habe ich halt auch die ganze Zeit Likes bekommen. Und ja, bin da jetzt irgendwie bei, was nicht, ja, knapp unter 40.000 Likes und denke mir auch so, what the fuck. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, ich hätte halt einfach den letzten Slide hernehmen sollen, um Werbung für meinen Patreon zu machen. Ich vollposten. Bei der Serie nicht. Das hast du bei anderen Posts, hast du das ja dann schon immer mal drin. Genau. Und bei der jetzt nicht. Ach, Mann, zau dumm. Ja, ich bin da auch voll inkonsequent irgendwie für meinen Patreon Werbung zu machen, weil sich das ja auch immer so ein bisschen sleazy anfühlt, da nach Geld zu fragen. Und jetzt denke ich mir so, boah, wenn halt nur 0,5 Prozent von diesen Leuten, die das geliked hätten, irgendwie auf meinem Patreon geguckt hätten und mich da unterstützen würden, dann hätte sich das halt schon voll rentiert. Aber okay. Gut. Das ist ja noch nicht aller Tage Abend. Die Comic-Cookie-Gemeinde hat jetzt zumindest schon mal davon gehört. Also Lena hat auch ein Patreon. Das heißt, wenn ihr jetzt seid, wie wir alle sowieso schon nach dieser Folge, ganz große Lena-Fans geworden seid, dann zum einen folgt Bopo-Lena auf Instagram und dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, auf Patreon dann zu unterstützen. Oder wenn ihr eine einmalige Spende machen wollt, könnt ihr auch gerne auf Ko-fi mich unterstützen. Wunderbar, haben wir das auch untergebracht. Genau, also ich hatte Lenas zeichnerischen Output das erste Mal als Comic gesehen, in so einer, ja, selbst kopierten Anthologie von einem, was war das, ein Workshop, der in Nürnberg stattgefunden hat, von verschiedenen Zeichnerinnen und Zeichnern. Und da steckte Jeff G. mit dahinter und Ben Beck, und die kenne ich ja beide, waren beide auch bei das alles zu Gast, Ben auch mehrfach. Und genau, da hatte ich mir diese Anthologie dann irgendwann mal geholt und da die Comics eben auch gesehen, ohne dass wir uns kannten. Und dann haben wir uns über den Nürnberger Comicbuch Club auch in persona kennengelernt. Genau, so ging das los. Und dann eben das alles Podcast und Dr. Slump. So, dann können wir ja mal über Dr. Slump reden. Da mal kurz mein Hintergrund. Der ist sehr kurz, denn ich habe die jetzt, ja, also genau seitdem wir das drüber gesprochen haben, also jetzt, sagen wir mal, seit in den letzten eineinhalb Jahren, das erste Mal gelesen und die ersten drei Bände. Ich sage mal kurz, ziehe ich mir doch nochmal kurz Wikipedia hervor, um allgemein zu Dr. Slump kurz was zu sagen. Ich lese einfach mal vor, was die deutsche Wikipedia zu Dr. Slump zu sagen hat. Dr. Slump ist eine Manga-Serie des japanischen Zeichners Akira Toriyama aus den Jahren 1980 bis 1984. Die Serie wurde in zwei Anime-Serien und mehrere Filme umgesetzt. Sie lässt sich dem Shonen-Genre zuordnen. Die Serie gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Comedy-Manga. Und Akira Toriyama ist natürlich dann später noch bekannter geworden durch die Serie Dragon Ball, die ja also ein enormer Erfolg bis heute ist. Dr. Slump war, ich bin ja jetzt nicht als der ausgewiesene Manga-Experte bekannt, habe ein paar Manga gelesen, bin jetzt aber nicht die Generation, die vollkommen intensiv mit Manga aufgewachsen ist. Manga kam so ein bisschen später, da war ich schon Comic-Leser und habe mich dafür schon ein bisschen interessiert, aber gerade als dann so diese, also Dragon Ball war ja auch so ein ganz großer Auslöser mit, da war ich, ich sage jetzt einfach mal so, ich war da zu alt dafür, das stimmt wahrscheinlich nicht, das hätte für mich sicherlich auch funktioniert, aber als das rauskam, fühlte ich mich wahrscheinlich zu alt dafür, keine Ahnung, wie auch immer. Und deswegen ist auch Dr. Slump an mir vorbeigegangen, zumindest lesenderweise. Ich habe es dann natürlich auch mitbekommen, dass es das gibt und habe dann so mit den Jahren auch Interesse dafür entwickelt, habe dann irgendwann auch festgestellt, ah, wird aktuell nicht auf Deutsch aufgelegt, deswegen habe ich mir jetzt letztes Jahr dann eben auch die englischen Bände holen müssen, um es zu lesen, nachdem wir eben gesagt haben, wir lesen das, also für mich, es sind 18 Bände insgesamt, die davon existieren, ich habe jetzt die ersten drei und die eben auf Englisch gelesen, du hast da jetzt einen anderen Hintergrund, und du kannst jetzt so das Gegenmodell dazu vorstellen, wie bist du zu Dr. Slump gekommen und wie ist eure gemeinsame Geschichte? Ja, also ich bin auf jeden Fall total in dieser Manga-Anime-Zeit groß geworden und habe damals auch nichts anderes als Manga konsumiert und mein Zeichenstil war auch so total dieses schlechte Manga, wenn halt europäische Leute versuchen, Manga zu zeichnen. Genau, ich finde es witzig, dass du jetzt gleich schon wieder den Altersunterschied erwähnst, weil ich glaube, das ist mindestens einmal in so einem Podcast oder in so einem Comic-Buch-Club-Gespräch kommt irgendwie immer auf, dass du ja älter bist als alle. Ja, das passiert immer an irgendeiner Stelle, ja, das ist absolut richtig, ja. Ja, nee, und also ich habe zu der Zeit sehr viel Manga gelesen und mein Einstieg damals war Ranma 1,5. Auch eine Serie, über die ich lange reden könnte, obwohl ich da mittlerweile auch viele Kritikpunkte habe. Aber es war damals für mich, also es hat mich damals total weggeblasen, ich fand es ziemlich cool. Und zu Dr. Slump bin ich gekommen, weil mir tatsächlich eine damalige Freundin mir den dritten Band geschenkt hat mit den Worten, sie findet, die Hauptperson sieht so aus wie ich. Und ja, irgendwie fand ich es ziemlich cool. Sie ist auch auf dem Cover vom dritten ziemlich prominent drauf mit halt irgendwie den langen Haaren. Gut, ihre Haare waren lila, meine waren damals braun und der großen Brille und das hat schon, und sie war halt so, also Aralee ist halt so verrückt und durchgeknallt. Das hat schon ganz gut gepasst. Und das ist schon sehr schmeichelt, wenn man ein Manga geschenkt bekommt mit den Worten, hey, die Hauptperson erinnert mich an dich. Nee, und ich habe es dann gelesen und habe mich sofort verliebt. Und dann habe ich mir, glaube ich, ich weiß nicht, in der darauffolgenden Woche oder so, also auf jeden Fall in kürzester Zeit habe ich mir die ersten zwei Bände dann auch noch geholt und habe dann die komplette Serie gesammelt. Also ich habe alle 18 Bände bei mir stehen. Leider sind sie jetzt nicht in so einem guten Zustand, dass ich sagen könnte, hey, das ist voll die Geldanlage und die kann ich mal teuer verticken, weil sie nicht mehr produziert werden. Also die sind schon sehr abgegriffen und sehr abgelesen, aber es steckt sehr viel Liebe drinnen. Genau, und also Dr. Slump, als ich es eben begonnen habe zu lesen und zu sammeln, waren noch nicht alle Bände in Deutschland draußen, sondern es war wirklich dieses, hey, ich muss warten, bis der nächste Band da ist und bin dann halt immer wieder nach der Schule in den Ultracomics gegangen, der, also für alle, die das nicht wissen, der Ultracomics ist ein richtig großer Comic-Laden und Comic-Manga-Geek-Laden in Nürnberg und irgendwie so der beste Laden Deutschlands, das behaupte ich jetzt mal, ich habe noch keinen besseren gefunden. Ja, also solche Preise hat er jedenfalls schon bekommen. Ich weiß nicht genau, wer diese Preise vergibt, aber so den Preis bester Comic-Laden Deutschlands haben die schon ein paar Mal, glaube ich, gekriegt. Ey, verdient, weil ganz ehrlich, ich gehe halt, egal wo ich bin, ich suche halt immer irgendwie Comic-Läden und halt so Key-Nerd-Läden, also nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern und ich habe noch nichts gesehen, was irgendwie an den Ultracomics rankommt. Einfach auch schon von der Größe und dem Angebot. Ey, wir sollten uns gleich mal sponsern lassen hier, wenn wir so viel Werbung machen, aber nee, es ist echt, also Ultracomics ist echt ein geiler Schuppen und wenn man in Nürnberg ist, dann soll man da als Comic-Fan hingehen. Das ist eigentlich ein Muss und ich meine, der liegt ja jetzt auch in der Innenstadt, das ist ja kein großer Umweg. Damals lag er noch im Prisma beim Plärrer und das war in Laufweite von meiner Schule. Das heißt, nach der Schule bin ich da halt öfters hingegangen und stand dann da einfach drin und musste aufpassen, dass ich mit meinem riesigen Schulranzen nicht irgendwie die Comics aus den Regalen haue, weil es da noch echt eng war. Aber da habe ich dann einfach immer geguckt, was ist denn so Neues draußen, was spricht mich an und habe da auch so voll viele Blindkäufe gemacht und habe aber auch immer geschaut, ist Dr. Slump da? Und ich weiß noch einmal, da habe ich irgendwie eine Schulaufgabe geschrieben und das war irgendwie, ich weiß nicht mehr welches Fach, aber es hat mich voll gestresst und danach habe ich mich nicht so gut gefühlt und dann bin ich in den Ultra und es war ein neues Band draußen von Dr. Slump. Ich habe mich so gefreut, ich habe sofort gekauft und in der Straßenbahn auf dem Heimweg gelesen und ich musste halt so laut lachen. Die Leute haben mich halt echt angestarrt in der Straßenbahn, weil ich mich nicht zurückhalten konnte, weil ich es so witzig fand und das hat aber so voll meinen Tag gerettet und das weiß ich heute noch. Ja, also Dr. Slump ist echt, hat mich sehr aufgemuntert. Sehr gut. Nochmal zum Comic-Shop kurz zurück. Es gibt natürlich so in anderen großen Städten auch tolle Comic-Läden, also Berlin und Hamburg und so, aber Ultra ist halt wirklich auch so, dass ich glaube, wo sich das in anderen Städten so über mehrere Shops verteilt, ist halt bei Ultra so alles in einem, über mehrere Stockwerke, irgendwie so alle Facetten abgedeckt. Früher waren die ja auch über mehrere Flächen verteilt, bis sie dann, also tatsächlich verschiedene Läden verteilt, bis sie dann jetzt eben dahin gezogen sind, wo sie eben jetzt sind, wo sie alles in einem Gebäude haben über mehrere Stockwerke und ich mache das genauso wie du, also ich halt auch, wenn ich irgendwo in anderen Städten oder in anderen Ländern bin und da Zeit habe, dass ich mich dann auch auf die Suche mache oder mal recherchiere so nach Comic-Shops und mir Comic-Shops anschaue und da ist dann so, also ich habe da auch also wenig gefunden, was so gut ist wie die Ultra. Also es gibt ganz, ganz tolle Comic-Shops, aber bei Ultra ist dann halt wirklich auch noch Brettspiel, Rollenspiel und sonstiger. Nerd-Kram irgendwie auch noch mit drin, wenn man das will. Aber mein anderer liebster Comic-Laden, den ich vor zwei Jahren auf der großen Reise gefunden habe, ist in Ghent. Das ist World's End Comics. Erstens ist es eine wunderschöne Location, das ist ein bisschen so ein Keller-Ding und die haben auch eine riesige Comic-Auswahl und Comic- und Brettspiele auch, hauptsächlich Brettspiel, Rollenspiel und die sind aber gleichzeitig auch noch eine Bar. Da kriegst du Bier vom Fass und halt Snacks, Burger, Kaffee und so und haben halt auch längere Öffnungszeiten. Also da kannst du halt abends dann auch wirklich einfach auf ein Bier halt irgendwie reingehen und haben halt ganz viele Sitzmöglichkeiten, Sessel und Sofa und dann treffen sich dann halt auch Rollenspielgruppen und so ein Kram und das ist total geil. Also meine Tätowiererin ist halt aus Ghent, die haben wir da besucht und die hatte mir, als sie das erste Mal in die Ultra-Comics rein ist, das war, zu dem Zeitpunkt war ich gerade nicht in der Stadt, deswegen konnten wir da nicht zusammen hingehen, aber als sie das erste Mal dann da eben rein ist, hat sie mir eine Nachricht geschickt und meinte, wie kannst du in Nürnberg leben und noch Geld für Essen haben? Und dann meinte sie noch so, Also was ich jetzt während der Pandemie an Geld gespart habe, weil ich nicht im Ultra war. Dann meinte sie noch so, zum Glück ist das meiste auf Deutsch und ich kann es nicht kaufen. Aber sie haben auch eben eine englische Abteilung, das ist das Geile. Also sie hat dann, glaube ich, auch gut eingekauft, trotzdem halt auf Englisch, aber also auch die war recht beeindruckt von dem Laden und ja, mit der waren wir dann eben auch in World's End und da war es auch tatsächlich sehr, sehr, sehr cool. Also wenn man mal in Ghent ist, also Ghent ist eh sehr coole Stadt und dann World's End Comics, sehr, sehr cooler Comicladen, Schrägstrich Bar. Ja, dann muss ich da mal hin. Jetzt bleibt mir ja keine andere Wahl. Und weil du Tätowiererin gesagt hast, das ist jetzt total off-topic, aber ich muss mir mal deine Tattoos anschauen, weil wenn die gut ist, dann brauche ich die. Ich habe den Plan, bis ich 40 bin, will ich halt Sleeves haben. Auf beiden Seiten. Und ich habe da auch schon Bilder im Kopf, was ich da alles drauf haben will. Es wird auch ein Dr. Slump Tattoo geben. Und ich habe auch noch kein einziges Tattoo. Also es ist geil, ich bin 32 und habe schon seit 25 irgendwie den Plan, dass ich mit 40 komplett tätowiert bin, aber ich habe noch nicht angefangen. Und dann habe ich immer so ausfrieden, wie ja, ich habe ja auch keinen Tätowierer, dem ich traue oder so. Ich habe auch erst mit 30 angefangen und dann ging es relativ schnell, aber ich habe auch noch Platz, so ist es nicht. Ja, können wir uns außerhalb der Aufnahme natürlich gerne nochmal drüber behalten, was du so, was du suchst in einem Tätowierer oder einer Tätowiererin, was für ein Stil und so und was ich dir da vielleicht empfehlen kann. Ich meine, ich kenne jetzt auch nicht so viele, aber können wir machen. Gut. Das ist schon gut. Dr. Slump. Erzähl uns doch mal kurz, worum geht es überhaupt in Dr. Slump? Wer ist Dr. Slump? Und du hast ja, du hast Arale, ich hätte jetzt Arale gesagt, ich weiß es gar nicht so genau, aber du hast, den Namen hast du schon genannt und das ist offensichtlich nicht Dr. Slump. Richtig. Wer ist Dr. Slump? Warum heißt der Comic Dr. Slump und wer ist Arale? Also der Name Dr. Slump, das ist auch mal wieder so typisch japanisch, dass man halt einfach irgendwie so einen englischen Begriff nimmt, also im Wörterbuch nachschlägt und sich denkt, ah, das ist eine lustige Bedeutung. So nennen wir jetzt irgendwie den Charakter oder den Comic. Ich meine, der Senbei, also der Doktor, der Doktor, das Manga, heißt ja gar nicht Dr. Slump und dieser Name kommt ja im Manga selber gar nicht vor, aber Slump, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, was es auf Deutsch heißt, aber das heißt schon sowas wie, ähm, tja, was heißt das? Mein Kopf sagt jetzt die ganze Zeit schlampig, aber nur weil Slump so ähnlich klingt, das stimmt nicht. Ich hätte jetzt gesagt, ich bin zusammengesunken oder so, kann aber auch falsch sein. Ja, also es soll auf jeden Fall so sagen. Slump, Einbruch, Rückgang, Sturz. Ja, sowas wie, eigentlich so, also es sollte so in diese Tollpatsch-Richtung gehen, so hey, es ist ein Doktor, aber eigentlich geht alles schief und der Name Dr. Slump soll das so ein bisschen vermitteln. Genauso wie damals Nintendo Donkey Kong, Donkey Kong genannt haben, weil sie gedacht haben, Donkey, ein Esel ist ja dümmlich, das nennen wir, deswegen nennen wir den Affen, Donkey, was ja auch irgendwie gar keinen Sinn ergibt. Aber so ungefähr ist es auch mit Dr. Slump. Also der Titel hat, soll sozusagen ein bisschen auf den Charakter hinweisen, ohne dass der Charakter so heißt. Und der Doktor in diesem Manga, das ist eben der Senbei, Senbei Norimaki, was auch irgendwie ein Wortwitz ist und sowas wie, also Senbei sind ja diese kleinen Reiskekse und es ist halt der in Seetang eingewickelte Reiskeks, ist sein kompletter Name. Genau, und er, der Doktor, hat Aralee, also ich habe sie immer Aralee genannt, aber jetzt bin ich mir selber nicht sicher. Ich wüsste es jetzt auch nicht, für mich war es Aralee. Aralee, ja. Aralee klingt schon sehr französisch. Das ist immer so mit so Sachen, wenn man halt in einer Zeit aufgewachsen ist, wo man sich im Internet nicht ausgetauscht hat, dann hat man Wörter gelesen und hat einfach irgendwie die selber benannt. Ja, aber ja. Meine Erfahrung mit dem Japanischen ist, dass man es meistens einfach so ausspricht, wie man es im Deutschen auch aussprechen würde. Das trifft in den meisten Fällen zu und für mich war das Aralee. Ja, eigentlich auch jede Silbe gleich betonen, das ist noch so das im Japanischen. Also wir betonen meistens die Mittelsilbe mehr, mehr, aber ja, es wäre dann Aralee. Aralee? Aralee. Araree. So, Araree. Das klang jetzt relativ authentisch, ja. Jetzt müssten wir eigentlich die Verena als Expertin dabei haben. Ja, das stimmt. Die japanische Übersetzerin. Die ja auch jetzt gleich nochmal hier Cross-Promotion jetzt gerade in der aktuellen Folge des Comics, des Podcasts Yay Comics zu Gast ist bei unseren Freunden Lara und Carlos von Yay Comics. Verena Maser hier auch aus Nürnberg, die viel Manga übersetzt, also japanische Übersetzerin, als japanische Übersetzerin arbeitet und ja, wie gesagt, bei den Freunden von Yay Comics gerade zu Gast ist. Also ich sage jetzt gerade aktuelle Folge, ich weiß nicht, wann das hier jetzt veröffentlicht wird. Stimmt. Wir nehmen jetzt heute auf am, was ist heute, der 20. August 2021, also im August 2021 Yay Comics Verena Maser. Genau, einfach mal suchen. Verena hat bestimmt viel Cooles zu erzählen. Ich habe es noch nicht angehört, aber ich bin schon, ich freue mich schon drauf, auch den Podcast zu hören. Okay, dann werde ich jetzt versuchen, Arale zu sagen, aber ich werde wahrscheinlich immer wieder abdriften in meiner eigenen Aussprache und es gibt bestimmt mindestens eine Person, die jetzt an den Kopfhörern sitzt und schreit, so richtig in den Bildschirm reinschreit, so nein, ihr sprecht es falsch aus, ihr Vollidioten. Also ich habe es ja auf Englisch gelesen, deswegen heißt es natürlich A Rail, also ich bin da hier raus. A Rail, A Rail Norimaki. Oder A Rally. A Rally, oh ja, A Rally klingt, ja, klingt sehr schlimm. Ich liebe das immer, meine Frau ist so großer Detective Conan Fan und auf Englisch heißt der, also der heißt Conan Edogawa und so heißt er im Deutschen auch, Conan Edogawa und auf Englisch heißt er Jimmy Kudo. Finde ich großartig. Sie finden es immer scheiße, wenn ich das sage, wenn ich dann ab und zu mal so Jimmy Kudo sage. Jimmy Kudo. Oh mein Gott. Ja, das stimmt. Tatsächlich ist es witzig, wie nah Deutsch, deutsche Aussprache an der japanischen eigentlich dran liegt. Ja. Also das ist schon für uns ein ziemlicher Vorteil, um mit den Namen umgehen zu können. Aber ich drifte ab, wir haben es noch nicht mal über die Inhaltsangabe hinausgeschafft. Wokum okay. Also Senbei Norimaki, der Dr. Slump, ist der Erbauer und Erfinder von A Rally. Die ist nämlich ein Roboter oder ein Cyborg eigentlich. Oder? Roboter, Cyborg, wie würdest du das jetzt bezeichnen? Ich habe neulich nochmal, ich glaube Android wahrscheinlich. Ah ja, natürlich. Cyborg ist immer so die Mischung zwischen Mensch und Maschine und sie ist ja komplett Maschine. Und Android ist eben immer quasi ein Roboter in menschlicher Form. Ein Roboter kann ja auch einfach nur so ein Arm am Fließband in der Autofabrik irgendwie sein. Das ist ja auch ein Roboter. Und Android steckt ja vom Griechischen das Wort Andros für Mann, Mensch eben auch mit drin. Also eher für Mann eigentlich als für Mensch. Aber so ist es halt leider. Genau, deswegen Android, menschenförmiger Roboter. Genau, sehr gut. Danke für deine Expertise. Genau so ist es. Und Senbei hat aber gleich ein paar Misskalkulationen gemacht. Und zwar hat er eher versehentlich Arale super stark gemacht. Also das ist schon, das sieht man schon auf Seite 2, dass sie ihm halt, na gut, sie haut ihm voll in die Eier. Also wenn sie ihre komplette Stärke benutzt hätte, dann wäre er jetzt wahrscheinlich schon tot oder kastriert zumindest. Aber er hat sie sehr stark gemacht, eigentlich unkaputtbar und sie hat schlechte Augen. Also das kommt auch so im ersten Kapitel raus, dass sie nicht richtig sieht. Sie hat eine Augenschwäche und er beschafft dir dann eine Brille. Und der Witz ist, dass das war als als Joke gedacht und es war gar nicht geplant, dass Arale diese Brille behält. Und dann haben die aber nach der Veröffentlichung des ersten Kapitels, das kommt ja in Japan immer in der Shonen Jump oder kam in Japan in der Shonen Jump, glaube ich, wöchentlich raus. Und in der Zeit haben die so viele Zuschriften bekommen von Kindern, vor allem Mädchen, die sich so gefreut haben, dass ein Hauptcharakter eine Brille trägt und halt irgendwie auch cool ist und nicht nur irgendwie so dieser Streber-Nerd und dass es so als etwas Positives dargestellt wurde, dass sich dann der Redakteur und der Zeichner gedacht haben so, ja, dann behält sie jetzt die Brille. Aber eigentlich war das nie geplant. Hatten wir schon gesagt, dass sie als ein Schulmädchen, also vom Alter her Stimmt, ja. Ich weiß gar nicht genau, irgendwo werden so Alter auch immer genannt für die Figuren. Also es gibt ja dann auch verschiedene menschliche Freunde und die haben auch alle irgendwo mal ein Alter, aber ich habe auch vergessen jetzt oder in welche Klasse sie gehen, aber ja, also irgendwie, also Schul, also ja, unter Teenager. Ich habe es gerade gefunden, also Senbei sagt, sie ist 13, aber der Joke ist so ein bisschen, dass sie jünger aussieht als 13. Ähm, und sie wächst ja auch nicht, weil sie ein Android ist, das heißt, sie bleibt halt immer gleich klein, sieht wahrscheinlich aus wie 10 oder 11. Aber ja, sie ist ein Schulmädchen und Senbei macht sich's auch zur Aufgabe, dass niemand wissen darf, dass sie ein Android ist, also er will das geheim halten, das heißt, sie muss als Mensch durchgehen, ähm, was mehr oder weniger klappt, was aber auch daran liegt, dass die anderen alle nicht so schlau sind. Genau, aber das ist im Prinzip so die Prämisse, ähm, und der Witz ist, dass der Plan war, dass eigentlich, ähm, Senbei der Hauptcharakter ist, aber Aralee hat eigentlich von Anfang an so dieses, also ihm die Show gestohlen und es gibt immer mal wieder in den höheren Bänden, ähm, so, also zwischen den Kapiteln sind halt manchmal solche kleinen Kurzcomics oder irgendwelche Funfacts über die Serie und da gab's dann auch so einen Wettbewerb, so wer ist der Hauptcharakter und dann hat sich irgendwie wahrscheinlich ein, äh, armer Assistent hinsetzen müssen und hat bei allen Bändern zählen müssen, wie oft kommt der Senbei vor und wie oft kommt Aralee vor und sie kommt halt natürlich viel öfters vor, also sie hat gewonnen, sie ist eigentlich der Hauptcharakter von Dr. Slump, äh, und hat Senbei komplett die Show gestohlen. Ne, ist ja, ist ja auch eindeutig so, dass sie ja immer wieder auch irgendwelche Abenteuer erlebt, bei denen er ja auch gar nicht dabei ist, deswegen, also sie muss ja da tatsächlich, also sie ist ja, sie ist ja überall, äh, in jeder Geschichte. Naja, mit einem Androiden, der eben auch so viel kann, äh, kann man auch einfach mehr machen als mit dem Senbei. Obwohl ich muss sagen, also seine Erfindungen sind klasse, darüber müssen wir dann auch später noch mal im Detail sprechen. Genau, also sind ja alles, mal so kürzere Kapitel, du hast ja gesagt, das ist ja in der Zeitschrift erschienen, also in, in Japan erscheint Manga ja häufig eben in, in Fortsetzungen, in Magazinen, das gab's bei uns ja auch eine, eine Weile lang mal und, ähm, und Dr. Slump hier eben so als, als Gag, äh, Comic, äh, so, es ist weniger Fortsetzung, als dass es eben einfach immer kurze, auf ein paar Seiten kurze Abenteuer sind, manchmal auch, äh, über zwei Kapitel hinweg, ne, ein Abenteuer erzählt wird, aber an sich kann man die wirklich so in, in Einzelhäppchen lesen, es gibt auch mal wiederkehrende Dinger, die irgendwie ein bisschen aufgenommen werden und, und Charaktere ja sowieso, aber es ist jetzt nicht, dass eine große Abenteuer, das sich über 18 Bände hinstreckt, sondern man kann da super mal, also ich hab's jetzt zum Beispiel, also gerade den ersten Band, als ich das erste Mal gelesen hab, hab ich so neben am Bett liegen gehabt und wenn ich so ins Bett gegangen bin, hab ich dann abends halt irgendwie nochmal schnell irgendwie so ein, zwei Kapitelchen gelesen, äh, und, äh, und, und dann, dann auch wieder hingelegt, ähm, also das ist so, also ich hab, ich war nie ein auf dem Klo Leser, aber das wäre so perfekte Klo Lektüre halt eigentlich, ne, also das kannst du super so als, als, ja, Kurzunterhaltung irgendwo, irgendwo, hinlegen. Das stimmt, ja, ja, und dadurch, dass es eben so viele Einzelgeschichten sind, ähm, war es für mich zum Beispiel auch einfach super easy, mit Band, Band 3 einzusteigen und einfach auch sehr schnell zu verstehen, äh, äh, okay, um was geht's hier, was sind das für Charaktere, ach, Aralee ist der Kopf abgeflogen, okay, sie ist ein Roboter, solche Sachen, also das checkt man dann einfach beim Lesen und, äh, klar, das erste Band führt das so ein bisschen ein, aber im Prinzip, also ich glaube, jedes Kapitel ist so 15 Seiten lang, ähm, und ich meine, die Einführung, ja, wie gesagt, sind 15 Seiten und dann weißt du halt eigentlich alles, was du, was du wissen musst, ähm, aber das finde ich, ist auch irgendwie die Stärke, also dass du halt so dieses, im Englischen würde man sagen, Monster of the Week, beziehungsweise hier bekämpft sie ja meistens nicht mal Monster, sondern es sind einfach nur irgendwelche, äh, Jokes, irgendwelche Interaktionen mit, mit Charakteren, die total überfordert sind, dass Aralee so ist, wie sie ist, ähm, aber das, das ist, das ist irgendwie charmant, also das macht, das macht Spaß, finde ich. Das ist ja auch nicht so, also du hast ja gesagt, sie ist, sie ist sehr stark, aber das ist ja nicht das Einzige, was sie auch macht natürlich, sie ist ja, vor allem ist sie auch neu in der Welt, also sie wird ja quasi als, als 13-Jährige in diese Welt hineingeboren, ähm, sie kennt nur sich und, und den Doktor erst mal, also sie hat überhaupt keine Ahnung, wie, wie Menschen sich verhalten, wie Menschen aussehen, also es wird ja dann auch, gerade auch mit, sehr früh dann schon auch so mit, mit ihrem Körper ja dann auch gespielt, dass sie zum Doktor kommt und sagt, ähm, mir fehlt da weiter unten am Körper was, und er, äh, flippt dann total aus, äh, weil sie sich denkt, oh verdammt, äh, jetzt, jetzt muss ich mich irgendwie damit abgeben, diesem Androiden irgendwie beizubringen, wie das mit Geschlechtsteilen ist und so, mir irgendwas überlegen, und am Ende ist dann der Gag, dass sie eigentlich von ihrem Bauchnabel gesprochen hat, dass sie keinen Bauchnabel hat, ähm, äh, also und das ist ja auch diese, diese, diese Naivität, die sie so mit in diese Abenteuer reinbringt, aber auch so eine, so eine ständige Positivität und Optimismus, also sie ist ja wirklich so ein, so ein fröhliches, kleines Figürchen, die jedem gegenüber immer erstmal freundlich und aufgeschlossen und, und interessiert ist, aber gerät halt da zwischendurch dann auch an irgendwelche Gangster und Bankräuber und Entführer, die dann aber halt natürlich mit der Situation überfordert sind, weil sie denken, sie haben so ein 13-jähriges Mädchen zu tun, dass sich dann aber, wo sich dann aber rausstellt, äh, dass die eben, äh, Fähigkeiten hat und besonders stark ist und, und sonst was für Sachen machen kann, und die Situation natürlich ganz anders verläuft, als dann der Gangster zum Beispiel sich das dann, äh, vorgestellt hat. Eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt, dass, ähm, Arale, jetzt versuche ich es wieder anders auszusprechen, äh, so ein bisschen, so ein bisschen so eine Personifikation, Personifikation eines inneren Kindes, sie ist so ein bisschen dieses innere Kind, das immer positiv und intuitiv ist und eben aufgeschlossen und auch eben naiv, ähm, aber das behält sie halt immer bei, also ich meine, selbst noch in Band 18 ist sie so, obwohl sie ja dann schon mehrere Jahre auf dieser Welt existiert, aber sie, sie verliert einfach diese Grundeinstellung nie und sie ist auch so ein bisschen so, ähm, das S, wenn man irgendwie psychologisch denken will, weil sie halt einfach auf, auf ihre, sie folgt einfach nur immer ihren Bedürfnissen und ihren Intuitionen, ähm, ähm, sie ist jetzt nicht so dieser analytische Charakter, der sich, der sich jeden Move überlegt, sondern sie, sie reagiert einfach nur, sie reagiert so total intuitiv auf die Welt, ähm, aber das macht sie sehr, es macht sie sehr sympathisch und sehr erfrischend. Ja, ja genau, das ist natürlich auch, da liegt natürlich viel der Humor der Geschichten dann drin, dass man quasi die, die Situation an sich irgendwie nachvollziehen kann und sie dann aber so der, 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 der Fremdkörper, der Fremdfaktor in der Situation ist, weil sie eben halt überhaupt nicht normal ist, in dem Sinne, wie jetzt da eine menschliche Interaktion stattfinden würde, sondern sie eben all diese anderen, ähm, Elemente mit in diese Interaktion dann reinbringt, die dann eben zu homoresken Situationen führen. Ja, es gibt ja dann auch noch so ein, so ein Cast um sie rum, also verschiedene Mitschüler und Mitschülerinnen und die Lehrerinnen und noch andere Frauen, also der, Frauen spielen ja auch eine, eine gewisse Rolle, über die wir reden können, wenn wir uns jetzt mal über den, über den Doktor unterhalten, über seine Figur so, wir wollten ja über seine Erfindungen sprechen, aber natürlich auch so eher an sich, also der ist ja, also ich würde mal sagen, so die, die Notgeilheit in Person. Ja. Um das mal so auszudrücken, also er ist ständig hinter, hinter Frauen her, äh, und, äh, will, baut sich im Zweifelsfall auch irgendwelche Erfindungen, um Frauen nackt sehen zu können, so die klassische, die Röntgenbrille und irgendwie solche Geschichten. Das läuft immer alles schief natürlich und er kriegt immer auf die Fresse und das, das klappt immer alles nicht so, wie, wie er das gerne möchte, aber an sich, also sein, seine, seine Geschichte, wenn er denn auftaucht, ist meistens, geht es meistens um irgendwie sowas, dass er irgendwie bei Frauen landen will oder bei einer bestimmten Frau landen will und sich dabei dann aber dumm anstellt und aufs Maul kriegt. Ähm, es ist, äh, also die Figur ist da schon sehr, ja, also und auch der, der Humor, der sich da rauszieht, also es ist halt, wie gesagt, von 80 bis 84 erschienen, ist natürlich schon eine Weile her, ähm, da ist das noch so ein sehr, sehr männlicher, ja, so, so, so ein, so ein Schenkelklopferhumor, ich glaube auch der, ähm, Akira Toriyama war zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch nicht besonders alt, Anfang 20 oder so. Ja, der war total jung, was mich dann auch gleich, äh, äh, selber in, in so eine Depression gesteht, na gut, Depression ist übertrieben, aber es war so dieses, was, er war so jung, wurde verlegt und ist so gut, ach du Scheiße, was habe ich mit meinem Leben angestellt, aber nee, also er, er war von Anfang an sehr gut am Zeichnen und ich habe auch gesehen, im Band 3, ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, im Band 3 sind so Kurzcomics, also so einseitige, zwischen den Kapiteln, über eben Akira Toriyama, die halt über sich zeichnet und der lebt dann noch bei seinen Eltern, was andeutet, dass er noch nicht verheiratet ist, weil in Japan bleibst du eigentlich bei deinen Eltern, äh, außer du ziehst wegen Job weg oder du hast eben einen Partner oder eine Partnerin gefunden und ich glaube, da war er so 20 und hat noch daheim gelebt. Ja, also wenn ich jetzt gerade nachgeschaut habe, ähm, ich weiß, von 80 ist, ähm, äh, ist Dr. Slump ab erschienen und er ist 55 geboren, das heißt, also er, äh, war 25 zu dem Zeitpunkt, wo, äh, Dr. Slump das erste Mal erschienen ist. Ich meine, das ist ja auch so ein, ähm, japanisches Klischee oder Archetyp, dass man halt immer so diesen, ähm, ja, notgeilen männlichen Charakter hat. Also das gibt's ja in so vielen Manga und die werden aber dann meistens so ein bisschen immer als, als harmlos und sympathisch dargestellt, aber wenn man darüber nachdenkt, das ist eigentlich super duper creepy. Ähm, es ist mir auch selber damals nicht aufgefallen. Also ich muss sagen, ich hab damals Dr. Slump einfach komplett geliebt, ohne da irgendwas Schlechtes drin zu sehen und, äh, und jetzt, wenn man es Jahre später durchliest, denkt man sich so, naja, okay, ein paar Sachen sind vielleicht nicht ganz sauber. Ähm, wir lesen natürlich alle, jetzt hat sowas auch komplett anders, als wir es früher getan haben. Also wir sind ja alle jetzt viel, viel, ähm, aufmerksamer für, für solche Sachen. Also zum einen natürlich von unserem eigenen Lebensalter her, dass ich jetzt mit Mitte 40 Sachen anders lese, als ich sie mit 20 oder 15 gelesen habe, ist schon mal ganz klar. Und natürlich auch, ähm, die, die Gesellschaft und die gesellschaftliche Diskussion um uns rum führt dazu, dass wir Dinge anders schauen, anders lesen, anders betrachten. Äh, und klar, da fällt einem sowas natürlich dann auch jetzt halt viel, viel schneller auf, als das dann, ähm, vor, vor 20 Jahren der Fall war. Also wenn ich das jetzt richtig interpretiere auf Wikipedia, also in Deutschland sind die Bände, äh, Anfang der 2000er, äh, erschienen, von 2000 bis 2002 bei Carlsson. Genau. Ja, im Impressum, äh, vom ersten Band steht 2000. Was ich aber irgendwie aus dieser Übersetzung geschlossen habe, im, im Band, da kam es mir so vor, als hätten sie noch mit dem Jahr 1999 gerechnet, ähm, 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 weil es gibt dann eine, äh, ein Kapitel oder eine Geschichte, wo es eben um, um Zeit und Alter gibt. Das ist so diese Kamera, die dich in der Zukunft, äh, oder deine Zukunft zeigen kann. Ja. Und da haben sie die Jahreszahlen angepasst und wenn man da zurückrechnet, dann glaube ich, dass, ähm, der Übersetzer hat es wahrscheinlich 1999 übersetzt und dann wurde es 2000 veröffentlicht, aber von den Zahlen her zu urteilen, ähm, ja, ist es die, dieser Zeitraum. Okay. Ja, also, man ist natürlich auch schon mal ein großer Unterschied zwischen, äh, in Japan 80 bis 84 erschienen und bei uns dann 2000 bis 2002. Das ist ja auch schon mal ein, ein deutlicher Zeitsprung, aber klar, also ich denke, das ist dann eben auch erst so im, im Zuge des Erfolges von Dragon Ball dann, äh, wahrscheinlich zu uns kommen. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wann Dragon Ball bei uns erschienen ist, aber wahrscheinlich vor Dr. Slump, würde ich vermuten. Ja, ich vermute auch. Ich weiß es jetzt nicht, aber das, also Dragon Ball war, im Fernsehen war es auf jeden Fall schon präsent. Ja. Ähm, und ja, also Dr. Slump, ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt mit dem Hintergedanken veröffentlicht haben, hey, das ist der gleiche wie von Dragon Ball, der gleiche Zeichner, weil sonst hätten die das wahrscheinlich mit Sticker auf die Bände draufgeklebt. Ähm, aber ich glaube auch, naja, weil es einfach so ein Klassiker ist, also ein erfolgreicher Klassiker aus Japan, der, der so, also so bekannt war in Japan, da haben sie sich gedacht, okay, das ist eine sichere Sache, das können wir in Deutschland veröffentlichen. Ich meine, Ranma 1,5 hat ja in Deutschland auch sehr viel Erfolg und das ist ja auch, das ist zwar auch ein Kampfmanga, aber da geht es ja auch sehr viel um Gags und ich kann mir vorstellen, dass sie sich gedacht haben, naja, wenn Ranma zieht, dann zieht auch Aralee oder Dr. Slump. Wenn wir zum Erfolg von Dr. Slump, jetzt auch nochmal hier, um Wikipedia zu zitieren, da gibt es sogar einfach das Unterkapitel Erfolg zu Dr. Slump. Gein. Und da heißt es, 1981 übertraf Akira Toriyama mit einem Einkommen von 2,4 Millionen US-Dollar aus dem Erfolg des Mangas und des Animes den Einkommensrekord von Mangakars. Die bis zum Ende des Jahres erschienenen fünf Bände des Mangas hatten sich bis dahin zusammen 15 Millionen Mal verkauft, sodass der sechste Band in einer Auflage von 2 Millionen gedruckt wurde. Eine so hohe Erstauflage hatte kein Manga zuvor erreicht. Also, ja. Und dann, das musst du dir mal vorstellen, der Typ hat also diesen Erfolg und macht dann Dragon Ball. Ja. Heftig. Also das ist so, du hast irgendwie so schon den großen Schatz gehoben, aber da geht dann nochmal eine Nummer größer drauf, dann danach noch. Also mit Mitte 20 hast du hier schon, bist du schon mehrfacher Millionär und dann erfindest du Dragon Ball. Das ist so verrückt. Vor allem, ich meine, er hätte sich ja locker nach Dr. Slump einfach zur Ruhe setzen können. Er hätte sagen können, hey, ich habe jetzt meine Kohle, fuck you all, ich chill jetzt mein Leben. Aber das ist natürlich auch nicht die japanische Art. Nee, ist es auch nicht. Und ich glaube aber auch, also wahrscheinlich hätte ich das auch nicht machen können an seiner Stelle. Also ich meine, du bist ja dann auch diese Arbeitsmoral gewohnt und ich glaube, das ist auch einfach ein geiles Gefühl, wenn deine Kreation überall zu sehen ist. Und ich würde dann auch nochmal unterstellen, dass er natürlich auch einfach ein kreativer Mensch ist, der den kreativen Ausdruck und das Zeichen und das Geschichten erzählen natürlich auch einfach mag und wahrscheinlich auch einen gewissen Drang dazu hat, egal was jetzt Geld dabei für eine Rolle spielt. Also bloß, weil man monetär ausgesorgt hat. Also es gibt einem dann wahrscheinlich die Freiheit, einfach sich noch mehr kreativ auszuleben, weil man sagt, okay, mein nächstes Ding muss jetzt kein Erfolg mehr werden. Da kann ich also noch freier arbeiten. Aber man muss jetzt wahrscheinlich nicht einfach sagen, na gut, dann zeichne ich halt einfach nie wieder, weil ausgesorgt habe ich aber die nächsten, jetzt bin ich irgendwie Mitte 20, also die nächsten 60 Jahre mache ich jetzt einfach nichts mehr. Das ist ja auch langweilig. Nee, ich glaube auch nicht. Also gerade kreative Menschen, aber ich glaube grundsätzlich, dass Menschen schon etwas tun wollen. Also ob man es jetzt als Arbeit bezeichnet oder nicht, aber jeder möchte irgendwie eine Aufgabe haben im Leben, sonst fühlt man sich ja auch leer. Aber trotzdem hätte er ja zum Beispiel mit Dragon Ball, er hätte ja eine Verhandlungsebene gehabt und sagen können so, hey, ich veröffentliche nur ein Kapitel pro Monat, ich muss mich jetzt nicht mehr so rein stressen wie alle anderen Mangaka. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht die japanische Art, dass man dann sich Sonderrechte irgendwie raus verhandelt. Ja, es ist ja schon auch tatsächlich trotzdem auch sehr hart in dem Business. Also in diesen Anthologieheften, nenne ich es jetzt mal, gibt es ja auch wirklich eine Hackordnung. Also zum einen ist es natürlich nur beschränkter Platz da. Das heißt, es kommt nur rein, was auch gelesen wird, was erfolgreich ist. Und die machen da ja regelmäßig Umfragen bei den Lesenden, um den Erfolg tatsächlich auch abzufragen der unterschiedlichen Geschichten. Und wenn du da einfach nicht top bleibst, dann fliegst du halt auch raus. Und den Platz, den muss man sich auch halten. Also den hat man sich nicht einmal erarbeitet mit Dr. Slump und danach wird man auf ewig immer gedruckt, egal was man macht. Sondern wenn es bei den Lesenden nicht ankommt, dann fliegt man halt auch wieder raus. Ja, also das ganze Manga-Business ist so heftig, wenn man darüber nachdenkt. Also zum einen eben dieser hart umkämpfte Platz im Magazin. Das allein ist ja schon mal ein Kunststück, da überhaupt reinzukommen. Aber dann auch eben diese Menge an Arbeit, die du halt schaffen musst. Also die haben ja eigentlich keine freien Tage. Das ist ja ein richtig knapp gesetzter Arbeitszyklus. Wo dann die Erfolgreichen kriegen ja dann auch mehrere Assistenten an die Hand, weil das sonst nicht machbar wäre. Die dann aber nirgends namentlich genannt werden, was ja auch heftig ist. Also man hat dann hier im Westen den Eindruck, dass so ein Band von einer Person gezeichnet ist. Hat aber keine Ahnung, dass zum Beispiel ganz oft die Hintergründe oder die Rastertöne oder die schwarzen Flächen, dass das alles von Assistenten und Assistentinnen übernommen wurde. Die du dann aber nie irgendwo findest, weil du halt, also du weißt halt einfach nicht, wie die heißen. Das sind so die stummen Arbeitertierchen so ein bisschen. Und viele Mangaka arbeiten sich ja auch richtig kaputt. Also es gibt immer mal wieder so Geschichten oder so Kurzcomics, die halt dann auch in so Bänden auftauchen, wo dann erzählt wird, ja und dann bin ich zusammengebrochen und war im Krankenhaus und dann konnte ich drei Tage nicht zeichnen. Aber dann hat mir ein Assistent irgendwie die Skizzen gebracht und ich hab im Krankenhaus weitergearbeitet. Und ich denk mir so, what the fuck? Und diese Geschichte, die hast du halt immer und immer wieder. Oder dann halt so Leute, die den kompletten Zusammenbruch haben und überhaupt nie mehr arbeiten und halt nie mehr irgendwie ihre offenen Geschichten beenden. Und halt, also auch Mangaka, die erfolgreich sind, die verdienen ja schon sehr viel Geld. Aber im Prinzip haben sie dann keine Zeit, das Geld auszugeben, weil sie nicht in den Urlaub fahren können. Und also ich, früher als Teenager wollte ich immer Mangaka werden und war so fasziniert und hab die halt so angehimmelt. Und jetzt denk ich mir so, ne, also diese Arbeitsmoral, das ist zu krass. Also das ist halt, da wirst du doch auch nicht glücklich. Selbst wenn du dann eben so einen erfolgreichen Band wie Dr. Slump veröffentlichst, ohne das jetzt schmälern zu wollen. Das ist ja eine coole Sache. Aber wenn du dafür halt alles andere opfern musst, das ist doch auch kein Leben. Also ich weiß jetzt nicht, ob man dann am Sterbebett liegt und sich denkt so, oh ja, hätte ich doch noch mehr gearbeitet. Oder ob man sich denkt so, fuck, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr chillen sollen, ein bisschen die Welt sehen sollen, ein bisschen mehr meine Zeit mit den Leuten verbringen sollen, die ich gern hab. Ja, wenn er mal mehr Einblick dazu haben möchte, Philippe Smith, das ist ein amerikanischer Comiczeichner, der war eine Zeit lang in Japan als Mangaka, hat für ein Magazin dort gearbeitet, war, ich glaube, der erste Amerikaner. Krass, ja, ich wollte schon sagen, also da als Ausländer in dieses Business zu kommen, das ist ja auch ein Ding. Ja, es ist sehr, sehr außergewöhnlich und ungewöhnlich. Und der war letztes Jahr bei Cartoonist Kayfabe zu Gast, ein amerikanischer, hauptsächlich YouTube-Podcast, gibt's auch als Podcast, aber ich glaube nicht alle folgen, also hauptsächlich sind die auf YouTube, sind die Comiczeichner Ed Piscor und Jim Rugg, die diesen Kanal betreiben und dort Comics besprechen. Und gerade letztes Jahr haben die auch sehr, sehr viele Interviews gemacht, gerade eben während der Pandemie. Und da gibt's eine Doppelfolge mit Philippe Smith, das sind zweimal zwei Stunden, also es ist sehr, sehr ausführlich. Und da erzählt er eben auch sehr offen von seiner Zeit in Japan und wie das dort eben war, also wie er da hingekommen ist und wie dann die Arbeit dort war und warum er dann eben auch nicht dort geblieben ist nach einer Weile. Und genau eben aus diesen Gründen, die du gerade beschrieben hast, weil er also gesagt hat, auf Dauer konnte er das einfach nicht so leisten, konnte das nicht so machen, weil einfach wirklich keinerlei Freizeit da war. Und er gesagt hat, also er hat sich halt dann auch mit seinem Redakteur, also der Redakteur hat halt genauso gearbeitet, also er hat sich dann halt irgendwie noch spätnachts irgendwie mit seinem Redakteur irgendwo getroffen, weil dem noch irgendwas eingefallen ist und der noch angerufen hat und gesagt hat, nee, wir müssen uns nochmal zusammensetzen, wir müssen dann nochmal was ändern und dann trifft man sich irgendwo, bespricht es und dann muss halt nochmal in der Nacht auch oder am nächsten Morgen direkt wieder neu gezeichnet werden, damit das halt auch zum Redaktionsschluss dann fertig ist. Also das ist wirklich so ein 24-7-Erreichbarkeits- und Arbeitsding halt eigentlich und bis zur letzten Minute wird da halt irgendwie dran gewerkelt, damit es perfekt ist und dann geht es halt direkt mit dem nächsten Kapitel weiter, also weil es halt wirklich so ein ständiger Fluss ist. Also Philippe Smith bei Cartoonist Kayfabe, das ist auch, ja, vor einem Jahr im Juli 2020 sind diese beiden Folgen erschienen, die kann ich da auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn man da mal einen Einblick kriegen möchte. Ja, voll der gute Tipp muss ich mir auf jeden Fall auch reinziehen und halt diese Arbeitsmoral gepaart mit Perfektionismus ist ja halt echt nochmal, also das ist ja nochmal eine Schippe obendrauf, drauf, wie du gesagt hast, dass man es halt dann nochmal editiert und nochmal und nochmal. Man könnte ja noch mehr rausholen und man denkt sich so, ja, aber gut ist doch auch schon gut genug, oder? Ich habe da, ich habe auch letztens zufällig auf YouTube ein Video gesehen, wo auch eben ein Comic, ein Manga, ein Mangaka seine Tore geöffnet hat und sich hat interviewen lassen und eben seinen Arbeitsbereich gezeigt hat und das war auch ein sehr erfolgreicher Mangaka, weil der hat sich ein extra Studio geleistet und das war alles super duper fancy und sah richtig cool aus und dann haben sie aber immer so Sachen gesagt wie, ja, und dann machen wir eine Stunde Mittagspause und ich denke mir so, macht ihr wirklich eine Stunde Mittagspause? Ich glaube euch nicht. Aber dann wurde auch gleich erwähnt so, ja, und dann tut der Assistent und die Assistentin, die arbeiten dann in der Pause an ihren eigenen Sachen, wo ich mir denke so, wow, du arbeitest den ganzen Tag und dann machst du noch die Mittags, also gibst du deine Mittagspause her, um irgendwie eine Stunde noch an deinen eigenen Dingen zu arbeiten und dann hat er aber gesagt, ja, und dann machen wir abends um sechs Uhr Schluss und ich denke mir so, das sagst du doch jetzt nur für die Kamera. Also ich glaube das jetzt schon grundsätzlich gar nicht mehr, weil ich halt so viel anderes schon gehört und gelesen habe und denke mir so, ach komm, ihr habt doch keinen geregelten Arbeitsalltag, lügt mich doch nicht an. Also es klang alles so perfekt und so toll und da habe ich mir gedacht so, ja, also so könnte ich auch arbeiten, aber das ist glaube ich nur eine Utopie. Da gibt es auch eine ganze Reihe, wenn wir jetzt schon dabei sind, irgendwelche peripher- oder sekundär-Tipps da irgendwie mitzugeben. Naoki Urasawa, bekannter Mangaka von Monster und 20th Century Boys und lauter solchen Sachen, Pluto irgendwas, der hat eine TV-Reihe, die heißt Manben, M-A-N-B-E-N, da findet man auch Folgen auf YouTube, dann japanisch mit englischen Untertiteln und die, das geht so, dass er sich eben, also da wird auch ein, ein anderer Mangaka oder eine Mangaka, die werden, ich glaube eine Woche oder so mit der Kamera begleitet bei der Produktion von einem Manga und dann setzen die sich zusammen, also Naoki Urasawa und der jeweilige Gast setzen sich zusammen hin und schauen sich dieses Material an, dieses aufgenommene Material und unterhalten sich eben über den Prozess. Also der Mangaka erzählt eben davon, was er da so tut und Naoki Urasawa eben ja auch als professioneller Manga stellt halt Fragen und unterhalten sich darüber. Es gibt einen Haufen Folgen mit ganz unterschiedlichen Leuten, zum Beispiel auch mit Inyo Asano, meinem Lieblings-Mangaka und so, also es ist auch sehr, sehr cool, da kriegt man eben auch was so zum, zum Arbeitsprozess der unterschiedlichen Mangaka dann mit, also Manben, M-A-N-B-E-N, muss man halt einfach mal auf YouTube mal suchen, kann man finden. So. Cool. Kommen wir mal zu Dr. Slump zurück. Dr. Slump, oder? Ja. Die Erfindungen. Du wolltest über die Erfindungen sprechen. Okay, warte, lass mich meine Notizen hinblättern. Genau. Oh Gott, meine Schrift ist so furchtbar. Ah ja, okay. Also ich habe mir meine drei Favorite-Erfindungen aufgeschrieben, aber erst möchte ich, dass du mal sagst, was ist deine Lieblingserfindung aus Dr. Slump? Boah, darauf bin ich jetzt halt leider nicht vorbereitet. Da müsst ihr mich jetzt tatsächlich erst mal an erinnern, weil es ist ja leider doch schon auch ein paar Wochen her, dass ich das alles gelesen habe. Ich erinnere mich eben an diese Zeitreiseuhr, die mehrfach vorkommt. Der Time-Slipper. Ja, genau. Also das ist eben auch das Genaue. Die Erfindungen sind ja auch häufig einfach nicht einfach nur irgendwelche Apparate, sondern da passieren ganze Aktionen. Also es ist nicht einfach nur ein Knopf drücken und dann passiert was, sondern man muss dann auch noch irgendwas machen oder die Maschinen machen noch irgendwas. Das wird so eine Rube Goldberg-Apparatur dann irgendwie sogar mit aufgebaut. Ich, ganz ehrlich, ich müsste jetzt echt wirklich nochmal intensiv durchblättern, um zu sehen, was da noch alles für Erfindungen mit dabei waren. Sag uns doch mal deine drei. Tja, jetzt habe ich dich vorgeführt, du bist eben doch nur Fake. Nein, Scherz. Ja, ich bin ja nur der Moderator hier. Ich bin nicht der Experte in der Runde. Du bringst die Expertise. Ich bringe die Expertise und tue immer den Namen der Hauptperson falsch aussprechen. Das wissen wir ja gar nicht. Das ist ja gar nicht gesichert, ob das falsch ist oder nicht. Wir müssen jetzt eigentlich so den Telefon-Joker machen und jetzt um neun Uhr abends einfach die Verena anrufen. Das ist so richtig mies. Nee, dann gehe ich mal zu meinen Lieblingserfindungen. Wobei du hättest jetzt voll den Cop-Out machen können und sagen können, ach, Raleigh ist meine Lieblingserfindung. Aber das wäre lame. Nee, ich mag voll, also meine Top drei sind der Original-Replikator, ich sage dann auch gleich, was es ist, die Minimax-Strahlenpistole, ich liebe auch die Namen, und der Bengel-Beamer. Super geil. Und der Original-Replikator, das ist dieser Reiskocher. Also das Coole ist, die meisten Erfindungen, die meisten Maschinen haben auch selber nochmal ein Eigenleben und einen Charakter. Also die sind halt auch künstliche Intelligenzen mit einem Bewusstsein. Und der Original-Replikator ist im Prinzip ein Reiskocher, in dem du einfach eine Zeichnung oder ein Foto von etwas reinlegen kannst und nach zehn Minuten Kochen kommt dann das echte Ding raus. Also wenn du ein Foto von einem geilen Essen reinlegst, dann kommt genau dieses geile Essen am Ende raus. Und also was man damit machen könnte, ich meine, die Geschichten sind auch immer witzig. Also diese Erfindung der Woche ist ja auch ein geiles Konzept und ich liebe das und ich würde da am liebsten auch, ich könnte mich da auch drin verlieren, einfach so eine Comic-Geschichte über einen Erfinder zu machen oder eine Erfinderin mit coolen Dingen. Dr. Snuggles, kennst du Dr. Snuggles noch? Nee, sage ich gerade gar nichts. Das ist eine Zeichentrick-Serie aus meiner Kindheit. Da geht es eben auch tatsächlich um so einen Erfinder. Ja, also dieses coole Maschinen erfinden, ich glaube, da sind auch Kinder voll fasziniert von. Also die haben da auch immer die geilsten Ideen. Auf jeden Fall beim Original-Replikator habe ich mir mal gedacht, so was würde ich da reinlegen und ich würde auf jeden Fall einfach ein Bild von Bisa Samen, dem Pokémon reinlegen, weil ich das so gerne in echt hätte. Das wäre einfach so geil und das coole ist halt, du kannst alles reintun und es wird echt. Das heißt, ich könnte meine eigenen Designs in diesen Original-Replikator reinlegen. Natürlich, Senbei will das natürlich nutzen, um eine Frau zu kriegen. Also er nimmt dann halt irgendwie so ein sexy Magazin und will eigentlich eine Frau reintun und dann geht er aber nochmal schnell aus dem Raum und zieht sich einen Anzug an und tut sich noch auf die Stirn so ein Zeichen kleben, dass du in Japan auf dein Auto klebst, wenn du ein Fahranfänger bist. Sozusagen damit die Frau weiß, dass er Anfänger ist, was schon wieder ein bisschen süß ist. Genau, und Aralee macht dann in der Zeit Blödsinn und haut irgendwie, ich glaube, ein Bild vom Universum in den Original-Replikator und dann schneidet sie sehr Meta eine Comic-Seite aus dem Manga und tut sie auch rein. Das heißt, wenn Senbei den Raum öffnet und zurückgehen will, ist da einfach das Universum und es fliegen einfach ganz viele Arales und Gachans in der Gegend rum. Aber ja, keine Ahnung, ich fand das Ende auch ziemlich cool. Also diese Idee, die eigene Comic-Seite reinzulegen, ist ziemlich witzig. Diese Meta-Gags sind ja häufiger drin, also der Comic ist sich immer bewusst, dass er ein Comic ist und die Figuren, also wenn es die Situation hergibt zumindest, sagen sie das dann auch so. Warum ist das jetzt so und so? Naja, weil es halt ein Manga ist oder super, jetzt sind schon wieder drei Seiten rum und nichts ist passiert, jetzt müssen wir aber auch mal zum Ende kommen und so. Also diese Meta-Ebene ist da häufiger mal drin und in so einem Gag-Comic ist das auf jeden Fall eine, also ich mag das gerne so. Ich finde, das funktioniert immer wieder, man darf es einfach nicht zu oft machen, ist meine Meinung zu solchen Meta-Witzen, aber auch, also in dieser Geschichte mit dem Original-Replikator sieht man halt einfach, wie Aralee an der Seite des Comics ist und sozusagen mit einer Schere schneidet, während da noch die anderen Panels sind. Also sie schneidet wirklich das Comic weg, das finde ich einfach ziemlich gut gemacht. Genau, und dann gibt es eben die Minimax-Strahlenpistole und die ist eigentlich recht selbsterklärend, sie kann kleine Sachen groß machen und große Sachen klein und da ist halt auch so dieser Gedanke, was man damit alles machen könnte und ein paar Ideen, die Senbei selber gesagt hat, haben mich auch überzeugt, zum Beispiel, dass du halt einfach Essen vergrößern kannst und diese Idee finde ich halt auch so geil, so geil, man kocht was, was richtig gut schmeckt und dann vergrößerst du es einfach und kannst dich dumm und dämlich fressen damit. Finde ich gut. Hat mich irgendwie überzeugt. Aber auch so die Sachen, stell dir mal vor, du musst umziehen und dann tust du einfach deine ganzen Umzugskartons so verkleinern, dass du sie in so eine kleine Tüte tust und einfach in die neue Wohnung schleppst. Ja. Zack, boom. Also keine Ahnung, super praktisches Teil und super witzig und wurde natürlich auch im Manga sehr kreativ und witzig umgesetzt. Und dann gibt es noch den Bengelbeamer, der eben auch ein bisschen wie eine Pistole aussieht, in Form von einem Tanuki. Also diese Wesen in Japan oder diese Tierchen, die sich ja in der Mythologie in alles Mögliche verwandeln können. Und da ist es auch so, beim Bengelbeamer kannst du einfach auf irgendwas deuten und ich glaube, du musst dann rufen, was es werden soll und dann verwandelt sich das in das, was du gerufen hast. Und Aralee zielt dann halt einfach auf eine Kakerlake und ruft Senbei und dann verwandelt sich halt die Kakerlake in Senbei, aber verhält sich halt weiterhin wie eine Kakerlake. Also das fand ich schon ziemlich witzig. Aber da habe ich mir auch gedacht, so geil, du kannst halt alles in etwas anderes umwandeln. Ja. Zum einen, okay, das ist jetzt sehr, auch wieder, das ist vielleicht ein bisschen dark, aber man könnte damit das Plastikproblem der Erde lösen, wenn du halt einfach Plastik mit dem Bengelbeamer in irgendwas anderes umwandelst. In Kuchen. Ja, zum Beispiel. Was ich sehr gerne mag, ich sage dir gleich meinen Lieblingsgag in diesen drei Bänden. Ich bin gespannt. Da hole ich jetzt auch nochmal kurz ein bisschen aus, also warum ich in den letzten Jahren, in den letzten 15 Jahren oder so auf Dr. Slump so richtig wieder aufmerksam geworden bin. Der amerikanische Zeichner Brandon Graham hatte lange Zeit einen Blog, der viel Beachtung gefunden hat. Da hat er eben sehr, sehr viel und ausführlich über Comics geschrieben und auch Bilder und Beispiele gepostet aus Sachen, die er so, die er gut fand oder die er besprochen hat oder wo er auch wirklich einfach über so Storytelling-Aspekte gesprochen hat und das dann anhand von Comics-Seiten von anderen Menschen dann auch irgendwie dargestellt hat und so, also ich kenne viele Leute, also einige Leute und die, die den immer sehr aufmerksam gelesen haben und dadurch auch aufmerksam geworden sind auf andere Künstler und Künstlerinnen und auf Comics und so und der, der hat auch über Dr. Slump zum Beispiel gesprochen und gerade eben auch so über die so visuelle Gags bei Dr. Slump und das hat so, dann habe ich da auch mal wieder hingeguckt und fand eben so die, den Zeichenstil und so die Figuren-Designs sehr, sehr cool und dachte mir, ja Mensch, Dr. Slump ist so ein Ding, möchte ich immer mal, möchte ich mal lesen. So alle paar Jahre habe ich mal wieder danach geguckt, habe immer wieder festgestellt, ah, gibt es gerade nicht auf Deutsch, muss ich wohl irgendwann mal die Englischen lesen und dann nach dem Gespräch mit dir letztes Jahr war, okay, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo es dann einfach sein muss und Brandon Graham hat mal so ein Einseiter-Comic gemacht, da war ein Gag, den ich immer gut fand, da ist er, also er ist in der Badewanne und will aus der Badewanne aussteigen und es ist aber halt nackt und er ist ja beobachtet, er wird ja beobachtet, weil er ist in einem Comic drin, also man sieht ihn und das heißt, er kann jetzt nicht einfach so aus der, aus der, aus der Badewanne aussteigen und er ruft dann so seiner Frau zu, we're out of black bars, also wir haben, ja, und dann flucht er, ich glaube er, ja er flucht dann irgendwas, ich glaube er stößt sich ein Zeh oder sowas und flucht dann und sein Fluch ist aber mit einem schwarzen Balken zensiert in seiner Sprechblase und dann greift er sich eben diesen, diesen schwarzen Balken und hält den dann vor seinen Körper, damit dann eben sein Geschlechtsteil verdeckt ist mit diesem schwarzen Zensurbalken und als ich dann jetzt neulich Dr. Slump den, den zweiten Band gelesen habe, ist da ein Gag drin, der, der sehr ähnlich funktioniert, also ich habe gesagt, das ist im zweiten Band, da ist, ist Arale und die Freundin, deren Name ich gerade nicht weiß, sind unterwegs und haben irgendwie vorher den, ich glaube in der Schule irgendwie den Hintern versohlt bekommen und sprechen da irgendwie drüber und dann kommt ein Vogel vorbeigeflogen und der kräht dann irgendwie und sagt dann irgendwie, Akane ist die Freundin, genau, Akanes Butt ist raw, kor, kor und Akane ist dann, ist dann sauer auf den Vogel und schreit dann ganz laut Jerk mit einem riesigen Ausrufezeichen und dann greift das Ausrufezeichen aus der Luft und haut damit den Vogel aus der Luft, also der Gag funktioniert da sehr ähnlich irgendwie diese Black Bar Geschichte bei, bei Brenton Graham und dann, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, aha, da hat Brenton Graham das wahrscheinlich her, also jetzt, muss jetzt nicht speziell genau aus diesem Jerk Gag sein, aber so an sich, so diese, diese, diese Meta, visuelle Ebene irgendwie so, das als Witz finden, also das, das finde ich super, wenn dann irgendwie so das, ja, eigentlich ein, ein, ein gesprochenes Element quasi dann zu einem, einem haptischen Element im, im Comic wird, also das, mit solchen Sachen kriegt man mich, so diese, diese visuellen Spielereien. Auf jeden Fall, ähm, ich finde auch sowas total super, also es ist eine richtig kreative Weise, äh, irgendwie das, das Visuelle mit einem Gag zu verbinden, also es ist einfach visueller Humor, es ist, es ist super und es ist halt so aus der, ähm, über den Tellerrand geguckt, so ein bisschen so aus, im Englischen heißt es so think outside the box und so ist es halt so dieses, okay, was, was kann man noch alles machen? Ja, so genau, so dieses, alles, was hier irgendwie auf der, im Panel passiert, kann, kann auch für die Figuren im Panel greifbar werden, so, auch, auch die, die Schrift oder eben, ich schneide mich selber aus dem, aus, aus dem Comic aus und leg mich in den Papierer und so und, ähm, ja, also ganz, ganz viele solche Ideen und dann eben auch, dann tauchen noch ganz viele wilde Figuren auf, so irgendwelche Pseudo-Superhelden und Aliens und, ähm, Monstren, ähm, Aral ist dann auch großer Fan von so den klassischen japanischen Monsterfilmen, Godzilla und Gamera, Ultraman und so, das, das taucht ganz häufig auf, damit wird gespielt, ähm, und irgendwelche kleinen, ja, komischen Wesen, die so am Panelrand noch irgendwie rumlaufen, Star Wars-Gags sind ganz viele drin, wie gesagt, zwischen 80 und 84 erschienen, also Star Wars ist ja, und auch immer wieder Alien, also Alien kommt auch vor, das Alien sozusagen, das ist ja genau so die Zeit, also Alien ist, meine 79 rausgekommen, Star Wars waren die drei Teile 77, 80 und 83, also sprich, das war genau die Zeit, wo Dr. Slump eben auch rausgekommen ist, das heißt, das war halt das, was da gerade so in der Popkultur und gerade in der, in der Science-Fiction-Popkultur eben passiert ist und in der Geschichte um den Androiden, da kann man natürlich dann auch R2, D2 und C3P aus Star Wars immer mal gerne auch unterbringen als, als Androiden oder irgendwelche, äh, Stormtrooper, ähm, laufen dann auch mal rum und so, ähm, ja, quasi so, so frühe 80er Jahre, Popkultur taucht dann da eben auch und wahrscheinlich noch ganz viele japanische Sachen, die ich jetzt nicht auf den ersten Blick erkenne, weil, kann natürlich... Ja, also ich finde, man, man lernt durch das Lesen total viel über japanische Popkultur und auch japanische Legenden. Also das hat, hat man glaube ich allgemein, wenn man viele Manga liest, weil sich dann auch die Dinge, also so popkulturelle und eben auch so historische Dinge wiederholen sich, es wird ja oft sich aufs Gleiche bezogen, äh, und man hat dann plötzlich so, so, so ein tieferes Wissen von Japan, das man von außen vielleicht gar nicht sonst bekommen hätte, einfach nur, weil die Referenzen immer wieder vorkommen und dann man, beim ersten Mal versteht man es vielleicht gar nicht, aber wenn man dann ein anderes Manga liest und dann kommt die gleiche Referenz vor, dann freut man sich schon so ein bisschen, dann checkt man den Joke auch, blöd gesagt. Ich will noch mal kurz auf den visuellen Humor eingehen, weil wir da kurz waren und zwar, was mir wieder beim Lesen aufgefallen ist und ich glaube, da habe ich früher gar nicht so drauf geachtet, aber was ich schon mal super finde, das kommt schon in Kapitel 1 vor, ist, Gebäude, die so aussehen wie ihr Inhalt. Also zum Beispiel gibt es da eben dieses Kaffee-Coffee-Pot und das ist einfach eine große Kanne, eine große Kaffeekanne und aus eben der Öffnung der Kanne, wo normalerweise der Kaffee rauskäme, kommt auch einfach Rauch raus. Das ist sozusagen auch gleichzeitig der Kamin oder der Schornstein und das finde ich einfach schon mal super sympathisch und es gibt eine Bank in Form eines Tresors und dann gibt es noch eine Sache, die ich jetzt vergessen habe, aber die Gebäude der Stadt spiegeln immer mal wieder so den Inhalt wieder und ich liebe das. Das ist eigentlich so ein simpler Gag, aber es lockert auch diese Architektur der Stadt so auf und ich finde es klasse. Ich liebe das. Und die Stadt heißt auf Deutsch Pinguinhausen? Habe ich das richtig gelesen? Genau. Wie heißt sie denn im Englischen? Ja, müsste ich jetzt auch schon wieder gucken. Also auch was mit Penguin, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es Penguin Town oder was das jetzt ist. Habe ich jetzt gerade nicht mehr im... Pinguinhausen ist auch bestimmt eine Andeutung an Entenhausen. Ja, würde ich auch stark annehmen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. dass das da hergenommen ist, ja. Ja, so anthropomorphe Tiere tauchen natürlich auch auf. Ist ja auch ein recht klassisches Bild im Comic. Oder auch diese Intros, also oft, wenn ein neues Kapitel da ist und sozusagen dieser Szenerieshot, um zu zeigen, wo wir sind, wird ganz oft irgendwie gespielt. Also es gibt so eine Szene, wo ein Angler die Sonne aus dem Wasser zieht, weil jetzt die Sonne aufgeht. Ähm, das finde ich super witzig. Oder es gibt eins, das ist total random, aber da steht einfach so ein Schwein im Anzug vor einem Mikrofon und singt einfach so ein Morgenlied. Singt, glaube ich, einfach Kikariki oder so. Und einfach so dieses so, hey, es ist morgen, wie stellen wir das kreativ dar, das morgen ist. Und da gibt es immer und immer wieder neue Lösungen und dieser Einfallsreichtum, den finde ich super. Oder ich mag auch, wie Autos gezeichnet sind. Und normalerweise achte ich jetzt gar nicht so sehr auf Autos oder Maschinen, aber dadurch, dass die so sympathisch gezeichnet sind, kriege ich richtig Bock, selber Autos zu zeichnen. Und was ich super witzig finde, ist, dass voll oft einfach hinten noch so eine, so ein Aufzieher, so eine Aufziehfeder dran ist. Ja, so ein Schlüssel. Ja, genau, so ein Aufziehfeder. Also, das lässt es halt so ein bisschen wieder wie Spielzeug wirken und gleichzeitig denkt man auch darüber nach, okay, wie funktionieren diese Autos in dieser Welt? Ja, also in dem Comic ist wirklich einfach nichts unmöglich. Also alles, was man irgendwie sich ausdenken kann, kann da untergebracht werden. Also ich glaube, es gibt da, gibt da keine Regeln, was irgendwie, dass das irgendwas nicht, nicht machbar wäre. Also jede Idee, die Toriyama da hatte, ist da irgendwie auch unterzubringen. Ja, also allgemein ist auch dieser Zeichenstil ist so simpel und gleichzeitig so sympathisch und auch detailreich. Also die Charaktere haben schon sehr viele Details, aber auch diese Hintergründe, manchmal sind die super easy definiert, einfach mit so ein paar Bergen und einer Wolke oder so, aber es ist, man hat immer ein Gefühl von Räumlichkeit und es sieht einfach super sympathisch aus. Also ich habe mir beim Durchlesen auch gedacht, so oh, ich muss diesen Stil wieder ein bisschen mehr erforschen. Ich habe mich damals nie getraut, mich diesem Zeichenstil ganz hinzugeben, weil ich jetzt nicht das zu sehr kopieren oder klauen wollte, aber ich finde auch immer wieder Zeichner und Zeichnerinnen auf Instagram, die halt sich voll diesem Akira-Toriyama-Stil hingegeben haben und damit auch erfolgreich sind und dann denke ich mir immer so, fuck, das hätte ich auch machen sollen, weil ich diesen Stil auch super sympathisch finde. Letztes Jahr für die Das-Alles-Folge hast du ja eine wunderschöne Zeichnung ja auch gemacht, so ein bisschen also eine Dr. Slump-Zeichnung ja quasi aus dem Gespräch heraus ein bisschen, da haben wir irgendwas rumgesponnen irgendwie und da hast du dann eine Zeichnung draus gemacht im Dr. Slump-Stil, das war ja auf jeden Fall auch schon mal sehr gelungen. Das ist ja so etwas Das hat auch so Spaß gemacht, diesen Stil einfach zu imitieren. Also ich habe mir dann auch gedacht, okay, mir fällt das ziemlich einfach, aber es macht auch einfach Freude beim Zeichnen. Also schon so etwas Chibi-esk, also so gerade der Senbei ja auch. Knubbelig, würde ich sagen. Irgendwie alles ist so knubbelig, gerade die Hände. Also ich finde die Hände sehr faszinierend, weil sie sind simpel gezeichnet, aber trotzdem gut gezeichnet und sie sind halt einfach super knubbelig. Das ist, ich finde es geil. Was immer sehr schön ist, der Senbei, also auch so, auch, ja, knubbelig und jetzt nicht so der, nicht so das Model, aber dann in so bestimmten Situationen, wenn er sich dann irgendwie vor irgendeinem, vor einer Frau irgendwie aufbaut und besonders charmant wirken will, da ist er dann auch eher realistisch gezeichnet und so ein, wie so ein markiger Kerl in einem realistischen Stil und, und wenn er dann wieder, ja, eine vor einen Latz kriegt, dann, dann ist er wieder so dieses, dieses etwas unförmige Männchen. Ja, ich glaube, er hat auch mal gemeint, also diese, diese realistische, hübschere Form, die kann er irgendwie eine Minute lang halten, was auch wieder so eine, ich glaube, Ultraman-Andeutung ist, weil der ja seine Form, seine super Form auch nur eine Minute halten kann und den Jog fand ich auch super so, er kann sich halt für eine Minute irgendwie hübsch und seriös machen und danach fällt er wieder in sich zusammen und ist wieder dieser kleine Knubbel. Zwischen den Kapiteln sind dann auch immer so, so Zwischenseiten, die, ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine vor mir, wo man dann so Masken der unterschiedlichen Charaktere ausschneiden kann, irgendwelche Bastelseiten oder so Spielseiten oder so diese, so Fehlerbilder, findet die 15 Fehler in diesem Bild und so, also wie, ja, wie es auch in so einem, in so einem Kindermagazin irgendwie drin wäre, so eine Mischung aus, aus Comic und, und Aktivitätsseiten mit, mit Spiel und Rätsel und Bastelanleitungen und so, das ist auf jeden Fall auch immer sehr, und die sind halt aber auch so, ich glaube, schon eher als, als Witz gemacht, also ich glaube, die waren weniger tatsächlich dafür da, dass man die, weiß ich nicht, spielt und bastelt, vielleicht täuscht mich auch, da wirklich reinkritzt, vielleicht auch doch, aber auf, auf mich jetzt so, als erwachsenen Leser wirken die dann eben so, quasi so, ja, so als, als Zusatzgag. Ja, vielleicht war der Gedanke, dass man sie auf einen Kopierer legt und dann ausschneidet, weil ich wäre auch nie in 100 Jahren auf die Idee gekommen, dass ich da irgendwie reinmalen könnte oder so, oder würde, aber ich habe mich gefragt, ob die, diese Spezialseiten, ob sie sozusagen extra für die Sammelbänder nochmal angefertigt wurden, um halt eben auch, wenn man irgendwie noch freie Seiten übrig hat, was ja öfters passiert bei Sammelbändern, um diese zu füllen, also hat, hat sozusagen Akira Toriyama nochmal die Aufgabe bekommen, so, hey, wir haben in dem Band nochmal sechs freie Seiten, hau da noch was rein, als Special, damit das auch nochmal ein Kaufanreiz ist, oder sind das Sachen, die auch im Shonen Jump irgendwo veröffentlicht wurden, reingequetscht wurden und jetzt auch im Sammelband drin sind, das weiß ich nicht, das wäre interessant zu wissen. Ich hätte sogar eigentlich eher vermutet, dass es hauptsächlich fürs Magazin gemacht ist, weil ich dann auch dachte, ich bin mir jetzt gerade gar nicht so hundertprozentig sicher, weil ich wollte gerade sagen, dass es in Magazinform eventuell auch größere Seiten waren, wo sich dann das Ausschneiden von so Masken oder sowas dann, weil man, diese Masken werden einfach nicht so groß, Ja, die sind auch im Magazinformat nicht groß genug. glaube ich auch nicht. Wenn man darüber nachdenkt. Aber da kann ich es mir zumindest auch noch eher vorstellen, also, dass das in einem Magazin, wo sowieso unterschiedliche Comics drin sind, dass dann da auch noch so, so eine, ja, Rätselseite oder sowas mit drin ist. Also, da wird es jetzt mal so von der Erfahrung her mehr Sinn machen, als, als in so einem Manga-Sammelband, wo nur ein Comic drin ist, dass man dann zwischen jedem Kapitel dann auch noch irgendwie so eine, so eine Rätsel- und, und Bastelseite irgendwie mit, mit rein macht, außer er fand das halt einfach cool, das zu machen. Zieht er das, ich vermute mal, zieht er das durch alle 18 Bände durch, also in den ersten dreien ist es ja so, beziehungsweise im dritten, hast du ja schon gesagt, ist es dann eher eben so ein, so ein Fortsetzungscomic über, über seine Arbeit als Manga-Car, die dann immer so zwischen den Kapiteln drin ist, weißt du, wie das in den, also was immer wieder auftaucht, sind eben diese Geschichten über sich selbst, äh, die, es sind aber nicht immer, also es ist, in jedem Band haben sie sich da eigentlich nochmal was anderes einfallen lassen, manchmal sind es eben diese Aktivitätsseiten, in einem Kapitel waren das, glaube ich, irgendwie so außergewöhnliche Geschichten, also er hat zum Beispiel mal erzählt, dass er glaubt, Geister gesehen zu haben, aber also im Nachhinein glaube ich einfach, dass er es geträumt hat, ähm, aber meine Highlights waren tatsächlich immer die Geschichten, die er über seine Arbeit gezeichnet hat oder über sich selber, weil es zum einen super lehrreich ist und zum anderen auch super duper witzig, also das ist eigentlich nochmal so ein richtiges Schmankerl zwischen den Kapiteln, äh, ich weiß nicht in welchem Band, aber in einem höheren, äh, gibt es auch nochmal so Geschichten, so Geschichten aus seiner Kindheit, oh Gott, das ist auch so verdammt witzig, ich kann, ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, aber ich weiß, dass ich diese Comics geliebt habe und dass ich dann auch, das hat mich super inspiriert und ich habe dann auch solche Comics, solche Gag-Comics über mich selber gezeichnet in meinen Teenagerjahren und ich, damals wusste ich nicht, dass, dass man dieses Genre Slice of Life nennt, also dass es wirklich ein Genre ist, sondern ich habe es einfach getan, weil ich es da gesehen habe und es super witzig fand und habe eigentlich diese selbstironischen Comics schon, schon immer durchgezogen und, ähm, wenn ich jetzt irgendwie so alte Sachen rauskramen und das durchlese, denke ich mir so, wow, die waren einfach wie ein Tagebuch, nur dass sie super ironisch sind, äh, aber das ist klasse und die, die liebe ich auch bei ihm. Das ist, ja, das ist super. Nachdem du ja alle Bände gelesen hast, jetzt wahrscheinlich nicht alle, jetzt gerade aktuell, aber so aus deiner Erinnerung her, gibt es eine stärkere Phase, gibt es eine schwächere Phase, gibt es so Unterschiede über diese 18 Bände hinweg in dem Genuss für dich, als du sie gelesen hast? Da gibt es auf jeden Fall eine Entwicklung, also eine Sache, die mir schon bei Band 1 aufgefallen ist, das ist jetzt eher was Visuelles, aber Arale ist ja im ersten Kapitel noch recht groß, noch recht länglich und schrumpft eigentlich immer mehr und ich glaube so Kapitel 6 hat sie dann ihre wahre Größe erreicht, was ja auch so ein kleiner Knubbel ist mit einem Bäuchchen und der Witz ist, dass halt sie eigentlich über diese ganzen 18 Bänden immer kleiner und knubbliger wird, also es ist wirklich so dieser Trend, dass alles immer mehr gequetscht wird, was aber, das glaube ich, passiert automatisch, wenn du einfach ganz oft den gleichen Charakter zeichnest, entwickelt sich das nochmal. Aber so von den Storys her und von den Gags her merkt man, dass sich irgendwann die gleichen Sachen schon wiederholen, also zum Beispiel, was du ja auch vorhin gesagt hast, dass Arale auch Leuten begegnet, die jetzt erstmal böse eingestellt sind, wie irgendwie Bankräuber oder so und sich dann rausstellt, okay, sie ist ja eigentlich super stark und die haben das nicht erwartet und ihnen hauen so richtig die Augen raus, wenn sie das dann rausfinden, wenn sie zum Beispiel mal wieder die Erde spaltet oder so. Ja, was regelmäßig passiert, also es passiert regelmäßig, dass sie die Erde halbiert einfach. Naja, und das ist halt so ein bisschen, da hat man dann eine Ermüdung, wo man sich denkt, so ja, okay, wir als Publikum wissen ja jetzt schon, dass das Aralee super stark ist, aber gleichzeitig, ja klar, neue Charaktere wissen das nicht und also manche Gags wiederholen sich. Es wird aber auch immer wieder versucht, das auszugleichen, indem einfach neue Charaktere in das Raster eingefügt werden und man denen auch einfach ein bisschen mehr Mittelpunkt gibt und denen einfach ein paar witzige Storys gibt und das funktioniert auch. Aber ich hatte dann das Gefühl, dass ich in den späteren Kapiteln oder Bänden, dass sich das häuft, dass neue Charaktere dazu kommen. Also du merkst halt so richtig so, oh scheiße, die Formel ist irgendwie ausgelutscht. Wir brauchen immer und immer wieder was Neues, damit das nicht lame wird. Und ganz am, also oder ja, im letzten Drittel, sage ich jetzt mal, ist es so, dass du ganz oft Wettbewerbe hast. Also dass du halt, wo die ganze Stadt dann mitmacht, irgendwie sowas wie Wettrennen oder sowas wie ein großes Verstecken, das dann auch über drei Kapitel geht. Das hast du ganz oft und das ist tatsächlich auch manchmal richtig spannend. Also du merkst dann auch so, okay, das ist eigentlich mal erfrischend, dass du so einen Wettbewerb hast, wo es irgendwie eine Wette gibt und wo dann der Verlierer irgendwas tun muss oder so, wo dann auch alle gewinnen wollen und wo du dann halt siehst, wie die Leute versuchen, zu schummeln und zu gewinnen, weil sie ja auch wissen, dass Aralee größere Chancen hat und so. Und also das ist auch nochmal eine Erfrischung, aber ich glaube, das ist auch so ein Trend, der ganz oft bei so Shonen Jump Manga kommt, wenn den Leuten Ideen ausgehen, machen sie einen Wettbewerb, um halt nochmal die Leserschaft oder das Publikum bei Stange zu halten. Und storytechnisch entwickelt sich dann nochmal was in den letzten Bänden oder es entwickelt sich schon über die Zeit so ein bisschen was. Also es gibt ein paar Veränderungen, aber du merkst so im letzten Band so, okay, jetzt ist auch die Luft raus und es ist trotzdem noch schön zu lesen, aber es ist nicht so wie die ersten. Also so die, ich sage jetzt mal, das erste Viertel ist auf jeden Fall der Höhepunkt von Dr. Slump und danach kommen immer mal wieder Kapitel, die auch wieder recht gut und überraschend sind, aber die sind dann eher verstreut in anderen Kapiteln oder anderen Bänden, die dann halt so ein bisschen mittelmäßig sind. Kann ich aber auch verstehen, also wenn du halt so ein Gagcomic 18 Bände lang durchziehen musst, das ist schon heftig. Und der Witz ist am Ende, wenn das dann beendet, also die letzte Geschichte ist auch so ein bisschen so eine Dankeschön-Geschichte. Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist das letzte Panel einfach so eine Seite, wo nochmal alle gezeichnet sind und halt irgendwie das Publikum angucken und Danke sagen. Und dann steht halt ganz hinten im Band so, ja, also er arbeitet ja schon an einer neuen Story und auf die hat er voll Bock und da hat er voll viele Ideen und da ist er voll motiviert und es geht irgendwie so um so einen kleinen Jungen mit einem Affenschwanz und der hat dann halt auch so eine Zeichnung von so ein Goku und das ist einfach so absurd, weil man sich denkt so, ja, das war das erste Bild von so ein Goku, das die Leute damals zu sehen bekommen haben und damals war das ein Nobody und jetzt sieht man das und denkt sich so, ja, das ist halt dein größter Hit, den du da ankündigst. Das ist schon heftig, wenn man das weiß und ich habe auch das erste Band von Dragon Ball und das geht ja eigentlich voll weiter, also der Son Goku ist ja da auch am Anfang so klein und knubbelig und das erste Band ist ja auch sau viel Gag und klar auch Kämpfe, also er hatte voll Bock auf Kämpfe, es gab auch in Aralee immer wieder am Ende Kampfwettbewerbe, wo du gemerkt hast, okay, er will einfach ein anderes Genre zeichnen, aber man merkt so richtig, dass die ersten Dragon Ball Bände, die sind einfach dieser Übergang von diesem Gag Manga, also man merkt, er hat einfach diesen Humor und den wollte er auch weiter durchführen und Dragon Ball konzentriert sich dann ja irgendwann immer mehr auf das Kämpfen und gerade dann mit dem Zeitsprung, wo so ein Goku erwachsen ist mit Dragon Ball Z oder Dragon Ball Z, wie immer man das aussprechen will, da ging es dann ja wirklich nur noch um die Kämpfe und auch von meiner Erinnerung her, ich habe Dragon Ball als Zeichentrick-Serie kennengelernt zuerst, ich mochte die Geschichten aus Son Gokus Kindheit immer mehr, also das hatte irgendwie, das hat mich mehr gereizt, das fand ich sympathischer, weil eben neben diesen coolen Kämpfen, die auch spannend waren, war immer dieser Gag-Aspekt dabei, ja und das fand ich einfach cool und gerade fällt mir noch eine Sache ein, die wollte ich vorhin sagen, dann haben wir aber das Thema wieder gewechselt, weil wir kurz darüber gesprochen haben, dass Senbei ja so ein Lüstling ist, kleiner Spoiler, später hat Senbei tatsächlich einen biologischen Sohn, aber er soll halt auf den kleinen Jungen, auf das kleine Baby aufpassen und fährt aber mit seinem Auto irgendwie auf einen Hügel, um von dort aus mit einem Felsstecher eine Frau zu beobachten, wie sie sich halt umzieht am Fenster, also auch schon mal super creepy und er achtet halt nicht auf seinen Sohn, der wegkrabbelt und dieser Sohn wird ohne Witz vom Auto überfahren, also im Prinzip stirbt sein Sohn, weil er Frauen ausspannen will, obwohl er ja dann mittlerweile eine Frau hat und das ist jetzt super dark, die Sache ist natürlich, verändert sich da noch was, ich glaube es sind Aliens, die den Sohn versehentlich umfahren und die beleben ihn wieder und dadurch geben sie ihm halt so Psi-Powers und dadurch kann der Sohn, also das ist ein kleines Baby, aber der kann sprechen und was weiß ich was, fliegen kann er glaube ich auch, aber eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt, ist das eigentlich super übel, also Senbei ist so darauf aus, Frauen auszuspannen, dass er halt, ja, dass er seinen eigenen Sohn dadurch verliert, verlieren würde. Naja. Wikipedia sagt auch, da hat er auch nichts dazugelernt. Wikipedia sagt, die Figuren aus Dr. Slump haben einen Gastauftritt in Toriyamas zweiter großen Serie Dragon Ball und die Charaktere von Dragon Ball wiederum in The New Dr. Slump. Weißt du was zu The New Dr. Slump? Nein, okay, das flasht mich. Also ich weiß, dass sie eine Cameo haben in Dr. Slump. Ich habe es damals im Anime gesehen. Damals hat mir das aber überhaupt noch nichts gesagt und dann habe ich die gleiche Folge ein paar Jahre später wieder gesehen und dann war ich so, oh mein Gott, das ist ja Araleh, oh mein Gott, wie cool. Und ich habe dann glaube ich auch den Bank gelesen von Dragon Ball, wo diese Cameo vorkommt, aber von New Dr. Slump habe ich noch nie was gehört. Was steht da in Wikipedia? Ja, da zuerst mal weiter nichts, also weiter unten gibt es dann nochmal den Satz, eine von Akira Toriyamas Assistentin gezeichnete, komplett kolorierte Fortsetzung des Mangas, erschien unter dem Titel Dr. Slump, Neues aus Pinguinhausen. Also vielleicht ist das dann das, was oben The New Dr. Slump genannt wird, aber das fördere jetzt nochmal eine weitere Recherche. Aber da gibt es also offensichtlich zumindest von den Assistenten eine Fortsetzung. Ja, da kannst du dich dann im Anschluss dann mal auf die Recherche begeben, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall. Das ist aber auch interessant, weil ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie ein super Spoiler ist, ob du das hören willst oder nicht, aber am Ende von Dr. Slump. Ich werde wahrscheinlich jetzt nicht die nächsten 15 Bände mehr in der nächsten Woche zulegen. Okay. Also ich sage so, storytechnisch finde ich jetzt bei Dr. Slump auch Spoiler nicht so schlimm, weil es geht ja nicht um die Story, es geht so ein bisschen eher um die Gags und die Charaktere. Aber trotzdem, wer jetzt nicht hören will, wie sich es in den letzten Bänden entwickelt, der skippt einfach mal um fünf Minuten oder so. Am Ende ist es so, dass es gibt noch einen zweiten Roboter-Jungen, der ist nicht von Sanbei gebaut, sondern von jemand anderen, der eigentlich böse ist. Aber dieser Roboter-Junge verliebt sich natürlich in Aralee und will immer so ein bisschen mit ihr zusammenkommen, aber Aralee checkt es natürlich nicht. Aber am Ende ist es so, dass sie dann doch irgendwie heiraten. Also ich glaube, er macht ihr einen Antrag und Aralee sagt einfach, okay, wie sie halt so ist. Und dann will er halt auch, also der Roboter-Junge will halt auch ein Kind haben. Das heißt, Sanbei baut denen dann am Ende einen kleinen, einen kleinen Baby-Androiden, den er dann heimlich denen ins Haus bringt und sozusagen der Aralee gibt, die halt im Bett liegt, um halt zu faken, dass sie eine Geburt hatte. Was irgendwie so komisch ist, wenn man darüber nachdenkt, weil man sich denkt so, das passt eigentlich nicht zu Aralee, dass sie heiratet und ein Kind kriegt. Also Aralee ist nicht der Charakter und Aralee ist, glaube ich, auch gar nicht fähig, irgendwie so richtig romantisch zu lieben. Also so sehe ich sie einfach nicht. Sie ist einfach immer noch ein Kind. Und das ist halt eine komische Entwicklung, aber im Prinzip ist sie verheiratet und hat ein Baby. Von daher ist die Frage, wo eben diese, das New Doctor Slump ansetzt. Ja. Das sind die Geschichten des Kindes dann wahrscheinlich. Keine Ahnung. Oh Gott, hoffentlich nicht. Man muss auch sagen, bei Aralee, also jetzt, wo ich darüber nachdenke, so dieses, für die Leute damals dieser logische Schritt, na ja klar, irgendwann braucht Aralee einen Partner und muss heiraten und braucht ein Kind. Das ist halt auch so dieses super, ja, heteronormative Denken. Also ich meine, sie ist ein fucking Roboter, der irgendwie geistig ein Kind ist und halt asexuell und auch meiner Meinung nach aromantisch, also keinerlei, niemals Interesse gezeigt hat an einen romantischen Partner. und dieser Gedanke, dass man irgendwie zum Ende hin trotzdem ihr einen Partner und ein Kind geben muss, das ist so, also es fühlt sich so, so erzwungen an, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ja. Und auch irgendwie so lame, also das ist eigentlich eine lame Storyline. Ja, das ist natürlich so diese, diese Sache bei so langen Laufenden. Ich meine, vier Jahre klingt jetzt eigentlich gar nicht so lang, aber so dieses wöchentliche, also in Bänden klingt es viel, 18 Bände, vier Jahre klingt es nicht so lang, aber so in 18 Bänden, so dieses fortlaufende Ding, da kommen dann immer mal sicherlich Storylines rein, die nicht so dolle sind und wie du ja schon gesagt hast, auch irgendwann wiederholen sich Sachen und so und das, ja, aber ich glaube auch, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass man, also wenn man diese, diese 18 Bände alle gleichzeitig zur Verfügung hat und quasi am Stück lesen könnte, ist das natürlich was anderes, als wenn man entweder so im Magazin von Woche zu Woche halt so ein paar Seiten so ein Gagding liest und dann nächste Woche halt wieder so ein Gagding oder eben, wenn die Bände das erste Mal rauskommen, so vier im Jahr oder so, dann liest man halt einen, hat ein bisschen Spaß damit und ein Vierteljahr später liest man den nächsten und dann hat man Spaß damit und hat diesen, nicht so dieses zeitlich komprimierte Lesen, dass man da auch viel strenger ist und einen engeren Vergleich hat, als wenn man das eben so über Jahre hinweg verteilt dann liest. Also ich habe jetzt auch, wir hatten diese drei Bände ja, also ich hatte den ersten Band letztes Jahr vor einer Weile schon gelesen und dann jetzt in der Vorbereitung für die Aufnahme die drei Bände quasi auch nochmal sehr komprimiert am Stück gelesen, aber es ist jetzt dann nicht so, dass ich, weil es eben auch ja in sich kleine, abgeschlossene Geschichtchen sind, nicht den Drang habe, mir jetzt alle 18 Bände davon ins Regal zu stellen, weil es eben wirklich so ist, ja, da liest man mal ein, das ist dann gut unterhaltsam, aber dann passt es auch erst mal wieder, dann kann ich auch erst mal was anderes lesen und dann vielleicht irgendwann, wenn ich mal wieder Lust habe, Mensch, könnte ich mal einen neuen Band davon lesen. Und wenn du natürlich auch schon sagst, es wird heraus sowieso ein bisschen schwächer. So ein Lesemarathon irgendwie in einer Woche oder so, glaube ich, da tut man sich keinen Gefallen mit. Nee, also wie gesagt, das ist es wirklich eher so dieses Klolektüren-Ding, also so zwischendurch mal. Das klingt so gemein. Ja, ich weiß. Sagt über Einschlafgeschichte oder so. Ich habe ja gesagt, also ich habe ja auch nie, ich bin ja auch kein Kloleser und war es auch nie, aber ja, genau so neben am Bett so nochmal so zwei Geschichtchen irgendwie so lesen, zum Runterkommen und für ein bisschen ein lustiges in den Schlaf kommen. Dafür bietet es sich auf jeden Fall an, so ein zwischendurch Snack und Gag. Snack und Gag. Ein Gag-Snack. Ja, was mir noch gefallen hat oder was ich interessant fand, waren tatsächlich die einzelnen Kapitel-Cover, weil die immer so gar nichts mit der Geschichte zu tun hatten. Also vielleicht haben sie die Charaktere gezeigt, aber sie waren immer in einem anderen Kontext. Zum Beispiel sind da oft irgendwie so Maschinen wie Flugzeuge oder Panzer oder sonst wie, wo die Charaktere in den passenden Klamotten abgebildet sind, wo du einfach gemerkt hast, okay, Akira Toriyama hatte jetzt Bock, diese Maschine zu zeichnen und den Charakteren diese Klamotten zu geben und es hat nichts mit der Story zu tun, aber man akzeptiert es auch voll. Und das sind auch so dieses, okay, die Kapitel sind einfach so oder die Cover sind einfach so ein Special, so ein Extra noch. Und das sind auch alles fantastische Illustrationen, also sind alles Top-Bilder. Also die sind durchaus auch mit ein Highlight in den Bänden für mich gewesen. Also die kann man sich quasi jedes einzelne davon irgendwie ausschneiden und an die Wand hängen. Also ich habe jetzt hier eins vor mir aus dem zweiten Band, wo Arale in so einer Fantasy-Rüstung mit Schwert auf der Echse, die auch so ein bisschen Rüstung und Stiefel anhat, reitet. Und daneben ist auch noch so ein, ja, es dürfte auch ein Pinguin sein, der irgendwie so eine Flughaube und Brille auf hat und so einen riesigen Füllfeder halt irgendwie rumträgt und so. Also wie so eine, ja, wie so eine Persiflage auf eine, so eine Fantasy-Roman-Illustration, wie Boris Vallejo sie vielleicht gemacht hätte in den 70er, 80er Jahren. Also so eine Heavy-Metal-Illustration. Also ich meine jetzt das Magazin, das Metal-Hurlan-Magazin und das aber eben mit dieser knubbeligen Manga-Figur und so einem Pinguin mit einem Füller. Ich habe auch das Bild sofort vor Augen, weil ich das auch nie vergessen habe. Also das finde ich auch richtig cool und das ist auch richtig detailliert gezeichnet. Ja, genau. Also das ist, das ist wirklich eine richtig gute und schöne Illustration und ja, es hat so ein bisschen auch so diesen 80er Jahre, ah ja, da habe ich es, ich habe es jetzt gefunden. Tatsächlich ist mir dieser Pinguin mit der Füllfeder nie aufgefallen. Aber ja, Aralee mit ihrer Rüstung und diese Rüstung auch mit diesen Boopplates, das ist auch so dieses 80er Jahre, auch so ein bisschen so Conan-Action-Fantasy. Und ich meine, Akira Toriyama hat ja dann auch für Dragon Quest das Videospiel Charakter-Designs gemacht und für, oh, war es ein Legend of Mana? Nee, es war glaube ich was anderes. Chrono Trigger, für das Videospiel Chrono Trigger hat er auch die Illustrationen gemacht. Also das kann sich auch überschnitten haben. Chrono Trigger war ja auch so ein Spiel aus den 80er, 90ern. Das heißt, er hat sich da auch immer wieder mit dem Thema Fantasy auseinandergesetzt, auch wenn er selber eigentlich nie ein Fantasy-Manga gezeichnet hat. Aber das hat er auf jeden Fall drauf, diese Bildsprache. Ja, also man kann sich das auch gut in Farbe vorstellen. Also das ist hier jetzt halt in Grautönen, in Schwarz-Weiß gedruckt. Aber diese Illustration, gerade jetzt eben diese Fantasy-Illustration kann ich mir auch gut in Farbe vorstellen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar in Farbe gemacht, aber hier eben nur Schwarz-Weiß-Ripp produziert. Also von den Grautönen her kann ich mir schon gut vorstellen, dass das eventuell sogar in farbiger Tusche gemacht ist. Ich glaube auch, weil sonst hätte, also wenn man das Schwarz-Weiß angelegt hätte, hätte man es anders koloriert, damit der Pinguin nicht so untergeht. Weil der halt irgendwie von den Grautönen so gleich ist wie von der Echse, aber wahrscheinlich hat der andere Farbtöne. Ich wette, dass man da auch online, wenn man das googelt, die Farbversion finden kann. Ja, könnte sein, ja. Ja. Ja, also die Cover sind auf jeden Fall gut. Auch die Cover von den Bänden, also im Band 1 sitzt sie zumindest auf der deutschen Version auf so einer Roboter-Grille und fliegt halt einfach durch die Luft. Aber der Witz ist, man hat gar nicht die Erwartung, dass diese Grille im Comic vorkommt. Also das, diese, du hast gar keinen inhaltlichen Bezug zu den Illus und das braucht's auch gar nicht. Sondern es ist einfach nur, es sind die Characters, die du einfach nochmal in ein anderes Setting wirfst und das macht das visuell interessant und spannend. Ja, diese Cover und Illustrationen sind ja quasi einfach auch nochmal ein Gag. Also das ist halt einfach auch eine unterhaltsame, lustige Illustration mit den Charakteren und dann halt nach irgendeiner Situation oder anderen Figuren mit dabei, an denen man einfach auch Freude haben kann. Ja, ähm, sehe ich genauso. Also ich, ich merke auch, ich habe so das Gefühl, Akira Toriyama hat einfach das gezeichnet, worauf er da Bock hat und das zeigt sich auch und das finde ich auch cool und das ist ja auch voll legitim, dem Zeichner da so ein bisschen diese Freiheit zu geben. Es zeugt halt alles einfach von einer wirklich überbordenden Fantasie und Kreativität und Spielfreude und Erzählfreude mit dem, mit dem Medium und die, die Grenzen und Möglichkeiten des Mediums ausloten und wirklich einfach alles, was, was irgendwie Spaß machen könnte, da, da reinpacken. Jede, noch so verrückte Idee da irgendwie in einem, äh, in einem Gag mit, mit verwursten, jedes Charakter-Design, jede Figur, äh, die ich mir irgendwie vorstellen kann, kann ich da irgendwie mit einbauen. Also es ist eine, eine, eine Welt der, der endlosen Möglichkeiten und das macht es natürlich auch für den Leser, also auch wenn du gesagt hast, es wird teilweise sehr repetitiv und klar und so, aber an sich macht es es für den Leser insofern halt auch interessant, weil man eben nicht sicher sein kann, was als nächstes passiert, weil eben die Regeln mehr oder minder aufgehoben sind, also einfach alles passieren kann und jede Art von Figur, jede Art von Abenteuer, jede Art von Witz, jede Art von, ähm, Meta-Witz, äh, da, da passieren kann und dann, wenn man das gut macht, bleibt es halt auch frisch auf Dauer. Wie gut er das geschafft hat. Man hat auch manchmal so richtig Witze, die so richtig unvorhergesehen sind, also, äh, mir fällt gerade ein, es gibt, äh, im Band 2 diesen Friseur-Roboter, der sehr ironisch ist und halt Sembei die Haare schneiden soll und am Ende sagt er einfach Selbstzerstörung und explodiert halt einfach so aus dem Nichts und ich fand's super. Ich hab mir dann auch gedacht, so Sembei, warum hast du diesen Roboter so programmiert, dass der sich selber zerstören kann? Aber nee, das ist, das ist schon klasse und es gibt immer mal wieder so Sachen, die mich so eiskalt erwischen ähm, oder was ich, ich hab heute noch mal schnell den dritten Band durchgeblättert und was mich voll, äh, irgendwie erwischt hat und wo ich mich dann auch dran erinnert hab, dass ich damals, als ich das das erste Mal gesehen hab, voll lachen musste, ist, äh, die letzte Geschichte, da schickt, äh, Sembei eigentlich Aralee zum Einkaufen, weil er keine Fertignudelsuppe mehr hat und, ähm, dann, dann geht sie aber erst zu Akane und sieht halt, dass Akane sich ein BH anzieht und fragt dann halt, was das ist und dann will sie halt auch einen und dann ist sie halt darauf fixiert, dass sie einen Büstenhalter kaufen will und darum geht dann das Kapitel und am Ende kehrt sie halt zurück und der Doktor rennt halt schon richtig auf sie zu, so Nudelsuppe, weil er so hungrig hat und sie zieht halt ihr Hemd hoch, wo halt dann ein überdimensionaler Büstenhalter raushängt, der halt auch eher in Bauchnabelhöhe ist, also man sieht auch ihre zwei kleinen Nippel als so Punkte und, also man merkt so, okay, dieser Büstenhalter passt überhaupt nicht und sie steht einfach nur stolz da und sagt, Büstenhalter und Gatschan steht noch daneben und hält so die Hand zu ihr hin und präsentieren und das hat mich so erwischt, dieses Bild, das ist einfach so lustig. Ich find's klasse. Auf der Seite vorher ist auch so das große Magengrummeln auch des Doktors dargestellt, also der hungert schon die ganze Zeit und wartet darauf, dass er irgendwie seinen Rahmen kriegt und dann rennt er los und dann, ja, haut's ihn um, weil er mit diesem Büstenhalter konfrontiert wird und nichts zu essen kriegt. Das ist super. Wir haben auch noch gar nicht über Gatschan geredet, was so ein bisschen der Sidekick von Aralee ist und mich hat erstaunt, dass Gatschan so früh schon aufgetaucht ist, also wird ja schon in Band 1 eingeführt und witzigerweise ist ja das Ei aus der Urzeit, also sie sind ja mit einem Timeslipper unterwegs und bringen da dieses Ei und denken, glaube ich, das ist irgendwie ein Dino-Ei oder so und brüten das aus und dann kommt plötzlich halt so ein Baby schon mit Schnuller und Anzug raus und dann stellt sich auch erst später beim Badengehen fest, also ich glaube ein oder zwei Kapitel später, stellen sie erst fest, dass Gatschan einen Flügel hat und fliegen kann und sie stellen auch fest, dass Gatschan überhaupt nichts zwischen den Beinen hat. Also im Prinzip ist es ja dann ein nicht-binärer Charakter, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, aber Gatschan kann auch nicht reden und ist einfach nur da und ist alles. Also Gatschan hat schon von Anfang so zwei Fühler auf dem Kopf, also da sieht man schon, also irgendwas ist anders, aber genau, das ist gegen Ende des ersten Bandes und ich glaube, das mit den Flügeln kommt dann glaube ich sogar erst in, ah nee, ist doch noch, das ist auch am Ende von Band 1, ja genau. Ja genau und Gatschan ist einfach alles, also Tische und so und Waffen. Da habe ich mir dann auch gedacht, also da merkt man, dass das Thema Klimawandel einfach sehr präsent mittlerweile ist, weil ich mir auch sofort gedacht habe, wow, Gatschan frisst alles, Gatschan könnte auch so das Plastik und das Müllproblem dieses Planeten lösen. Stell dir mal vor, du lässt halt Gatschan einfach so in die Weltmeere lösen und dann kann Gatschan diesen ganzen Müll essen. Das wäre super. Das ist ja. Ja, also Gatschan, es wird tatsächlich auch dann später ein bisschen erklärt, ähm, wo Gatschan herkommt, ähm, aber es gibt erst ein Kapitel, ich weiß nicht in welchem Band, da denkt man, dass sozusagen die Eltern von Gatschan auf die Erde kommen und halt irgendwie Gatschan mitnehmen wollen äh, und dann kommt aber raus, dass es ein Missverständnis ist, also das, das Kapitel ist so gut aufgebaut, dass du die ganze Zeit denkst, es geht um Gatschan und dann geht's um was ganz anderes und dann liest du das komplette Band nochmal, äh, das komplette Kapitel nochmal und denkst dir so, wow, das haben sie echt gut, oder das hat Akira Toriyama echt gut irgendwie, äh, aufgesetzt, weil wenn man's weiß und darauf achtet, dann fällt einem auf, wie das konstruiert ist, aber beim ersten Mal lesen denkt man so, okay, das sind jetzt Gatschans Eltern und das sind Aliens und die holen den jetzt ab und das war dann aber nicht so, also das ist, das ist ein ziemlich gutes Kapitel, ich muss dir mal das Band raussuchen und dir das ausleihen und, äh, später passiert dann noch was mit Gatschan, auch wieder ein kleiner Spoiler, also, skippt mal eine Minute, wenn ihr's nicht hören wollt, ich glaub, Gatschan puppt sich dann ein und alle überlegen dann, was aus Gatschan wird und, ähm, ich glaub, die Lehrerin von Aralee denkt dann, dass Gatschan einfach so ein junger, schnieker Mann wird in einem Anzug und, äh, jeder hat so ein bisschen eine andere Vorstellung und am Ende kommen einfach zwei Gatschans aus diesem Kokon. Also Gatschan hat sich einfach verdoppelt und dann gibt's zwei Gatschans, das ist dann einfach so und die fressen halt auch alles und dann hab ich mir gedacht so, hm, also dieses Ei wurde ja in der Urzeit gelegt, das heißt, wenn die das Ei nicht in die Jetztzeit geholt hätten, dann hätten sich halt wahrscheinlich die Gatschans so oft vermehrt, bis sie den Planeten übernommen hätten, wenn man so darüber nachdenkt. Oh Gott, diese Vorstellung. Ja, eigentlich ist Gatschan so ein bisschen so ein Parasit. Also ich mein, diese Gatschan ist süß und witzig und Aralee hat die beiden ja auch voll unter Kontrolle, aber wenn die da einfach in der Urzeit geschlüpft wären und sich immer weiter vermehrt hätten, dann würde es unseren Planeten so wie er jetzt es gar nicht mehr geben, schätze ich. Oi, 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 dieses Paralleluniversum stellen wir uns lieber nicht vor. Nee. Das ist zu wild. Eine Sache, die mir auch noch bei diesem Kapitel, wo halt alle drei baden gehen in der Badewanne, also Senbei, Aralee und Gatschan und sie halt dann feststellen, dass Gatschan nichts zwischen den Beinen hat, sagt Aralee, ah, Gatschan ist ein Mädchen, so wie ich. Und Senbei denkt sich, irgendwann muss ich ihr das erklären. Aber er macht es halt auch nie. Es gibt auch noch ein anderes Zitat, das ich gerade vor mir habe, in meinen Notizen, das auch sehr zu Senbei passt und ich glaube, das war aus dem Kapitel, wo Aralee eigentlich einen Bauchnabel will und Senbei denkt, sie will eine Vulva haben und er baut sich ja dann diesen Röntgen, diese Röntgenbrille, wo man eben nur organische Dinge sieht und er setzt sie dann so auf und sagt, natürlich verfolge ich rein wissenschaftliche Interessen und einer sagt dann, du sabberst. Das fand ich einfach super. Ja, er kommt dann immer tatsächlich einfach nicht so richtig gut weg mit seinen perversen Ideen. Also er kriegt dann halt wirklich immer eine vor den Latz geknallt dann auch. Ich meine, man ist so ein bisschen, so ein bisschen hat man Mitleid mit ihm, weil er so verzweifelt ist, aber gleichzeitig stellt er sich halt auch wie ein Vollpfotzen an. Also und im Band 3 gibt es ja dann noch die eine Geschichte, wo dieses, diese Aufnahme von seinem verstorbenen Vater findet und der Vater ihm dann auch sagt so, ja, wahrscheinlich hast du eh noch keine Frau, deswegen verrate ich dir ein Geheimnis. Es gibt diesen Liebestrunk auf dieser Insel und den musst du finden und dann halt einer Frau geben und dann kannst du sie heiraten. Und ich habe mir gedacht so, damals habe ich das als total harmlose Geschichte empfunden und heutzutage würde ich auch sagen, das ist super rapey. Ja, ja, klar, total. Obwohl die Geschichte an sich super ist, also die geht auch über mehr Kapitel und dann sind sie eben auf dieser mystischen Insel und die Story ist auch ganz witzig. Und am Ende lädt er eben die Lehrerin von der Aralee ein, mir den Liebestrunk zu geben, aber Aralee stolpert, als sie eben dieses Glas nach draußen bringen will und haut es versehentlich gegen einen Baum und füllt dann einfach das Glas mit normalem Wasser auf. Das heißt, Senbei weiß nicht, dass dieser Liebestrunk verschüttet ist und im Hintergrund im letzten Panel bahnt sich dann so ein Baum an, der plötzlich läuft und einfach so Senbei Liebling sagt. Und das löst natürlich die Sache sehr witzig auf, aber so, wenn man darüber nachdenkt, das ist eigentlich super duper creepy. Ich erwähne das jetzt nur ganz kurz zwischendurch und wir vertiefen das nicht, aber über viele Jahre hinweg habe ich immer wieder erzählt, wie begeistert ich von meiner allerliebsten Lieblingsfolge der Cosby Show war, in der es um eine Barbecue-Soße geht, die alle wuschig aufeinander macht. Im Kontext mit dem, was wir über Bill Cosby mittlerweile wissen, geht das natürlich, also ganz und ganz, es ist wahrscheinlich die schlimmste Folge, die die Cosby Show je gemacht hat, aber damals, die war so hervorragend geschrieben und gespielt und ich fand die, also einfach eine tolle Dynamik zwischen den Figuren und lustig und so und ich habe das über Jahre lang gesagt, wie toll ich diese Folge finde und heute, ja, muss man halt dazu sagen, na, ist ein bisschen schwierig geworden. Naja. Ja, ich hoffe, du hast es nicht irgendwo als Twitter-Post, weil sonst wird das irgendwann rausgekramt und du wirst hardcore gecancelt. Glücklicherweise. Da gibt es keine Gnade mehr. Nee, nee, glücklicherweise war das noch vor Social Media beziehungsweise meiner Social Media Präsenz, also das habe ich auf Social Media und ich, ja, also, dass ich diese Karriere mache, wo das noch gegen mich verwendet wird, ist auch unwahrscheinlich. Ja, gut, okay, ich meine, wenn man unbekannt ist, dann ist es den meisten Leuten eh egal. Aber, ja, ich muss sagen, also dieses, dieses Notgeile, was der Senbei hat, das habe ich ja damals auch nicht als problematisch empfunden und man versetzt sich ja auch immer in den Hauptcharakter und nicht in die Person, die dann von dieser Notgeilheit betroffen ist. von daher empfindet man das jetzt auch selber nicht als schlimm und ich meine, ich habe es als Teenager gelesen, ich war auch notgeil und eigentlich ist es auch so ein bisschen problematisch, wenn man darüber nachdenkt, so, hm, ich habe halt irgendwie meine Infos aus Manga gezogen, so, wie geht man mit Leuten um, auf die man steht, man beobachtet sie, ist jetzt vielleicht nicht die beste Lehre, aber es ist so dieses, keiner hat mit dir darüber geredet, war das total horny und verzweifelt und da liest man halt Dr. Slump und denkt sich so, ja, also diese Röntgenbrille hätte ich auch gern. Das war dann so das, was ich daraus gezogen habe als Teenager. Ja, Mai, Teenager-Gehirne sind auch nochmal ein eigenes Medium. Ja, und verzweifelt einfach. Also ich glaube, Teenager sein hat viel mit Verzweifeln zu tun, auf unterschiedliche Art und Weise. Aber ja, also ich glaube, so sexuell ist, Wachen hat auch viel mit Verzweiflung zu tun, weil man einfach überfordert ist. Ja, ja, ich glaube, das können die meisten bestätigen. Gut, gibt es zu Dr. Slump noch irgendwas, was wir noch ansprechen sollten oder was du aus deinen Notizen noch erwähnt haben willst? Ich habe halt so viele Notizen. Ich, ja, das ist, ich könnte da echt über alles reden. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, das war glaube ich in Band 2 oder sogar noch Band 1, das ist so die einzige Geschichte, wo die Aralee mal emotional ist und dann auch so richtig emotional reagiert. Und zwar, das ist die Story mit dem Bär, der halt eingesperrt ist und den sie dann befreien. Und der dann aber von einem Jäger erschossen wird. Und in dem Moment, wo halt dieser Schuss geht in der Wildnis, siehst du halt so voll, also wie der Wind weht und Aralee halt erschrocken guckt und dann ist sie auch so richtig sauer und haut halt diesen Jäger so voller Wut weg. Und das ist halt so, das ist halt auch voll die dramatische Geschichte in dem Moment. Also das ist so das Emotionalste, was ich, glaube ich, in Dr. Slump gelesen habe. Und ich fand's, ich fand's irgendwie voll interessant, so jetzt rückblickend, wo ich die ganzen 18 Bände gelesen habe. Das ist halt so die meiste Tiefe, die halt, glaube ich, Aralee jemals haben wird. Und aber auch, also dass sie dann auch wirklich richtig wütend auf diesen Jäger ist. Also so, normalerweise kämpft sie halt einfach gerne, weil es ihr Spaß macht, aber da hat sie halt wirklich ihre Kräfte aus Hass und Rache benutzt. Und haut da dann den Jäger weg und Senbei rettet dann halt noch den Bären, indem er ihnen einen Cyborg-Körper gibt aus den Einzelteilen von Aralee. Also Aralee ist dann am Ende vom Kapitel nur noch einen Kopf, weil sie dann halt einen neuen Körper kriegt, aber er freut sich auch, dass es den Bären wieder gut geht. Und der Bär ist halt dann ein Cyborg, der auch diese überdimensionale Stärke hat und einfach nur noch so einen Baum antippt, der dann halt sofort umfällt und er sitzt dann halt überfordert in der Landschaft, weil er nicht weiß, was er machen soll. Also es endet dann auch wieder witzig, aber ich fand diese Szene sehr interessant, weil sie halt so das Dramatischste und Emotionalste ist, was du von Aralee sehen wirst. Ja, es stimmt. Und also ansonsten ist ja tatsächlich immer eher so diese fröhliche Figur, die auch in seltsamen Situationen immer eben diese Positivität immer hat. Und ja, hier ist es schon wirklich sehr, sehr dramatisch und da kommt so richtig Wut in ihr auf. Ja, aber danach ist sie auch wieder happy, also der Bär ist zusammengepflegt und sie freut sich einfach und dann kehrt sie sozusagen wieder zu ihrer munteren Frohnatur zurück. und ein Kapitel oder das war auch so eine Doppelfolge aus Band 2, die ich auch super fand, war die Geiselnahme im Friseursalon. Da musste ich selber voll viel wieder lachen und ich meine, ich habe diese Bände jetzt so oft gelesen, ich kann die durchblättern und muss noch nicht mal die Sprechblasen lesen und weiß, was passiert. Also das ist halt wirklich, das ist mittlerweile in mir drinnen. Aber diese Geiselnahme, die hat mich nochmal überrascht und ich finde diese Polizistin super, die einfach alles immer erschießen will. Also ihre Lösung ist immer, dass sie eine Uzi holt und schießen will. Wobei ich dann, mir ist dann auch aufgefallen im Kapitel, dass alle Frauen schon so ein bisschen gleich aussehen. Also sowieso, diese 80er Dauerwelle zieht sich ja durch, was aber heutzutage wieder charmant ist, wenn man so rückblickend drauf guckt. Aber auch die Lehrerin, Akane und diese Polizistin haben eigentlich alle das gleiche Gesicht, nur unterschiedliche Frisuren und in Band 3 fällt das sogar Akane auf und sie gibt sich halt eben die Haare von der Lehrerin und gibt sich als die Lehrerin aus für ein Kapitel. Also das ist schon wieder witzig, dass es dann auch dem Zeichner selber aufgefallen ist, aber irgendwie ist es halt echt so diese, sie sind alle blond und haben das gleiche Gesicht und den gleichen Körper und man erkennt sie halt nur wegen den Klamotten und den Frisuren. Ich überlege gerade, ob das tatsächlich Toriyama an irgendeiner Stelle auch irgendwo mal sagt, dass er halt Frauen nicht so gut unterschiedlich zeichnen kann oder ob ich das gerade mit etwas anderem verwechsel, aber das hört man von Zeichnern, also gerade von männlichen Zeichnern auch häufiger, dass sie Schwierigkeiten haben, unterschiedliche Frauen zu zeichnen. Das überrascht mich aber auch nicht, weil ganz oft, wenn Männer versuchen, Frauen zu zeichnen, versuchen sie, sich sexy zu zeichnen. Also es ist so ein bisschen auch meistens so eine Wunscherfüllung und wenn du dann halt alle Frauen als diese Wunscherfüllung zeichnest, dann wirst du immer wieder in die gleiche Kerbe schlagen. Aber wenn du dir halt mal überlegst, so okay, ich mache jetzt eine Frau, die unattraktiv ist, ich mache jetzt eine Frau, die witzig aussieht. Also genauso wie du männliche Charaktere konstruierst, du machst einen witzigen Charakter, du machst einen schönen Charakter, du machst einen alten Charakter, du machst einen Charakter, der irgendwie entweder unattraktiv oder quirky aussieht, da gibt es so viel Varianz. Und bei den Frauen schaltet sich dann irgendwie immer ein Teil vom Gehirn aus bei den Zeichnern und sie zeichnen irgendwie immer die gleiche Figur wieder, ohne dass sie sich trauen oder dass sie das reflektiert haben, und dass sie auch Frauen unsexy zeichnen können, dass sie eben nicht immer diese Attraktivität, diese klassische brauchen, sondern dass sie halt eben auch quirky sein können und hässlich in Anführungszeichen und so und dadurch interessanter werden oder eben auch alt sein können. Aber gut, das öffnet wieder ein komplett anderes Fass. Aber ja, also dieses Zitat so, oh, ich weiß gar nicht, wie ich Frauen unterschiedlich zeichnen soll, das glaube ich, gibt es schon sehr oft. Das ist kein Einzelfall. Was ich bei Arale ... Darauf wollte ich ... Ja, nee, sorry, sag. Ich wollte nur sagen, was ich bei Arale immer sehr gut finde, dass sie häufig dumme Kopfbedeckungen trägt. Das finde ich immer sehr gut bei Figuren. Das ist ja auch so ein Tank-Girl-Ding und so, dass Arale irgendwelche Helme oder Hüte oder Fliegerhauben irgendwie auf hat und so. Und das finde ich immer ... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist so ein Ding von mir, das mag ich gerne bei so Figuren. Ich finde, das gibt immer noch so einen Zug mit hinzu zu Charakteren. So eine dumme Kopfbedeckung, da bin ich Fan von. Auf jeden Fall. Also ich war ja 2018 auch in Japan und ich war so kurz davor, in einem Laden gab es echt diese Cappy von Arale, wo halt Arale draufsteht und an der Seite noch diese Flügel sind. Und die trägt sie halt super oft und ich habe mir dann echt gedacht so, boah, Lena, das ist geil. Kaufst du die? Und dann habe ich mir gedacht, die kannst du halt nirgends tragen. Du bist 32 Jahre alt. Die Leute checken das nicht, was du da auf dem Kopf hast. Die fängt halt daheim nur Staub. Und dann gleichzeitig war das so, oh, aber ich brauche jetzt irgendwas von Dr. Slump. Und dann habe ich mir diese Dr. Slump Beauty-Tasche gekauft, die ich auch immer mit mir rumtrage, weil ich sie so liebe. Aber ja, ich hätte mir beinahe diese Cappy gekauft. Ja, die wäre dann halt für Conventions gewesen. Ja, das stimmt. Das nächste Mal, wenn ich in Japan bin, kaufe ich sie mir wahrscheinlich doch, weil sie ist mir nie wieder aus dem Kopf gegangen. Das ist schon ziemlich geil. Ja, eigentlich Arale fällt ja voll aus diesem Klischee raus, was weibliche Charaktere oft sind, gerade aus den 80ern. Und es ist ja interessant, dass es ist ja ein Jonen-Manga. Also Zielgruppe sind ja Jungs gewesen und die Hauptperson ist aber weiblich. Aber das ist halt überhaupt kein Hindernis, weil sie halt gut geschrieben ist. Ja. Und einfach quirk ist. Also sie ist eben dieses, sie ist nicht attraktiv. Es geht bei Arale nicht ums Sexy-Sein, sondern sie ist eben ein kleines Kind. Und sie ist einfach nur lustig und durchgeknallt und dadurch genauso frei wie jeder andere männliche Hauptcharakter. Also das ist eigentlich schon ziemlich cool. Eigentlich unabsichtlich feministisch von Akira Toriyama, wenn man jetzt so darüber nachdenkt. Es ist ja schön, wenn man sowas über alte Geschichten auch mal sagen kann, wenn man nicht immer nur sagen muss, naja, aus heutiger Sicht geht es eigentlich nicht mehr. Sondern wenn man auch mal sagen kann, es war vielleicht nicht beabsichtigt, aber ist auch feministisch. Ja, es zeigt halt, dass es einfach geht, ohne dass man da jetzt sich voll den Kopf zerbrechen muss. Es ist eben nur seltener passiert, weil es nicht reflektiert wurde. Aber es ging schon damals irgendwie, Geschichten zu schreiben, die diverse sind und jetzt nicht nur in eine Kerbe schlagen. Ja. Von daher sehr cool. Genau. Und nochmal, um auf die Geiselnahme im Friseursalon zurückzukommen, was supergut ist, also dieser Friseurtyp, der war ja mal ein ehemaliger Cop und der nimmt halt in einer Szene einfach so die Pistole vom Geiselnehmer, weil er halt einfach zeigen will, wie cool er mit einem Revolver umgehen kann und schießt dann und macht einen Kopfschuss auf diesen Polizeipräsidenten, der natürlich nicht stirbt, weil es ein Gagmanger ist. Aber ist halt dann mit einem Kopfschuss da und ist voll geschockt und dann kommt halt auch wieder diese Polizistin und sagt, Salbe drauf und gut ist. Das ist so ihr Zitat und er ist halt so voll so, oh mein Gott, mir hat jemand in den Kopf geschossen. Salbe drauf und gut ist. Ist auch eine super Reaktion. Und dann haben sie ja diese Polizeianlage, wo sie ja, also diese Lautsprecheranlage, wo sie ja mit dem Geiselnehmer aus dem Salon kommunizieren und dann kommt halt so eine Oma an und sagt halt, ich möchte auch was sagen. Und sie denken so, ist das vielleicht die Mutter vom Geiselnehmer? Naja gut, geben wir mal das Mikrofon. Und sie beginnt halt einfach Karaoke zu singen. Also das ist halt so, sie hat ihre Möglichkeit gesehen, da ist ein Mikrofon und ein Lautsprecher. Zeit für Karaoke. Und das fand ich einfach, das waren so ein paar Dinge in diesem Kapitel, die waren auch so unvorhergesehen und die fand ich super witzig. Und das ist genau so dieser Humor, den ich halt irgendwie auch beim ersten Mal lesen so genießen konnte. Und jetzt freue ich mich zwar auch noch, aber jetzt breche ich meistens ja nicht mehr in Lachen aus, weil ich es schon so oft gesehen und gelesen habe. Aber dieses Kapitel, das hat wirklich dieses alte Feeling wieder hervorgeholt, wo ich mir gedacht habe, Oma, das ist einfach, die sind einfach alle verrückt und es ist so geil. Es ist so super. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Entweder wenn man an die deutschen Wände irgendwo rankommt oder ansonsten gibt es auf jeden Fall die englischen Wände aktuell aufgelegt. Also in Deutschland wäre es vielleicht mal Zeit für eine Wiederentdeckung und eine schöne Neuauflage. Es wird ja momentan so viel in diesen dicken Sammelbänden neu aufgelegt. Das haben Bände verdient. Ja. Nee, und also ich meine, die sind auch zeitlich gut gealtert. Also ich meine, klar, wir hatten das gerade mit, ja, die Jokes sind ein bisschen rapier an manchen Stellen. Und die Darstellungen von schwarzen Charakteren kommt jetzt zwar nicht oft vor, aber die sind auch, naja, nicht mehr so zeitgemäß. Das ist natürlich in Japan natürlich nochmal eine ganz andere Diskussion auch. Also da ist natürlich Japan auch heute nicht besonders gut. Also weil Japan ja generell so viele Jahrhunderte ja abgeschottet war vom Rest der Welt. Also Rassismus in Japan ist ja immer noch auch ein sehr aktuelles Thema. Also ich glaube, da sind die auch nicht so weit. Also ich glaube, in Japan ist es halt nicht so eine Konversation wie bei uns. Da wird da ja schon jetzt immer viel mehr darüber geredet, glücklicherweise. Aber der Ausländeranteil in Japan ist ja auch bei 1 Prozent. Und der Großteil von diesem 1 Prozent sind ja auch Menschen aus anderen asiatischen Ländern. Das heißt, wenn die mal wirklich eine schwarze Person sehen, dann starren die und kriegen den Mund nicht mehr zu, weil sie es halt überhaupt nicht gewohnt sind. Und dadurch, dass der Ausländeranteil so gering ist in Japan, ergibt sich da halt auch keine Diskussion in der Öffentlichkeit. Und es liegt auch so ein bisschen daran, dass halt japanische Menschen, die Schulausbildung, was die englische Sprache betrifft, ist ja nicht so gut. Das heißt, selbst wenn sie Twitter benutzen, sind sie halt immer abgeschottet so im japanischsprachigen Twitter und im japanischsprachigen Internet. Und also ganz ehrlich, wenn man sich auch jetzt japanische Seiten anguckt, die sehen aus, als wären sie in den 90ern stehen geblieben. Das ist richtig heftig. Also irgendwie kochen die halt im Internet so ein bisschen ihr eigenes Süppchen. Und so diese ganzen Diskussionen, die zum Beispiel durch Amerika auch nach Deutschland schwappen, die kriegen die gar nicht mit. Also ich meine, Black Lives Matter hat ja auch letztes Jahr in Deutschland viele Diskussionen ausgelöst. Und auch zum Beispiel bei der Generation meiner Eltern, die jetzt ja nicht aktiv Englisch sprechen oder aktiv auf Twitter sind. Aber es ist halt so sehr in den Mainstream geschwappt, dass auch die davon mitbekommen haben und darüber gesprochen haben, selbst wenn vielleicht ihre Meinungen ein bisschen altmodisch waren. Also das ist oft bei der älteren Generation, wo man sich dann denkt so, okay, ja, vielleicht wäre es gut, wenn du mal dich nochmal ein bisschen informierst oder so. Aber trotzdem, sie haben es wenigstens mitbekommen. Und in Japan, das kommt da ja überhaupt nicht an. Das heißt, diese schwarzen Figuren, die in Dr. Slump vorkommen und auch nur sehr selten, die würden wahrscheinlich heute noch genauso gezeichnet werden, ist meine Vermutung. Ja, und also, ja, das ist so ein bisschen unglücklich. Also ich meine, es gibt eben einen Polizisten, der ist schwarz und ich glaube, also hat er einen weißen Partner. Und ich glaube, das ist so ein bisschen an amerikanische Bodycop-Filme so angelehnt. Und das ist ja eigentlich ganz witzig, dass es auch einen schwarzen Charakter in dieser Stadt gibt, in dieser japanischen Stadt. Aber er hat dann halt eben diese Schlauchbootlippen, die halt nicht wie richtige Lippen funktionieren. Und er hat dann halt dieses, ja, krause Haar, wo du halt einfach nur mit einem Stift ansetzt und die ganze Zeit Kringel machst, bis du den ganzen Kopf bedeckt hast. Und sonst zeichnet Akira Toriyama Haare komplett anders, auch lockige Haare. Nur bei dem schwarzen Charakter macht das so. Kann natürlich gut sein, dass er sich da eben auch auf westliche Comic-Vorbilder bezieht. Also in den 80er Jahren, das heißt, er spricht halt alles vor den 80er Jahren dann damit natürlich eben auch. Und da, klar, ist natürlich der Pirat aus Asterix ist da so ein Beispiel dafür. Und sicherlich auch in Tim und Struppi gibt es solche Figuren. Und ich weiß jetzt nicht, was vielleicht was zugänglich war in Japan der 70er Jahre. Aber ich könnte mir vorstellen, dass genau die Comic-Vorbilder da eben auch die Interpretation von Toriyama dahingehend beeinflusst haben. Dass er also in westlichen Comics quasi gesehen hat, schwarze Personen werden da so dargestellt, dann übernehme ich das jetzt mal für den Manga. Ich weiß es nicht, aber es wäre möglich. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Solche Sachen werden ja auch immer wieder reproduziert und man reproduziert es ja auch einfach unbewusst. Und ich meine, der Cop an sich, so von der Art, wie er jetzt als Charakter geschrieben ist, ist er nicht anders geschrieben als die anderen Charaktere. Also es ist jetzt nicht so, dass dieser Cop auf sein Schwarzsein reduziert wird, was ja schon mal was Gutes ist. Aber die anderen Szenen, wo halt schwarze Charaktere vorkommen oder irgendwie BIPOC-Charaktere, das ist meistens, wenn zum Beispiel Aralee ein Ball oder irgendein Objekt oder einen Menschen so weit geschlagen hat, weil sie so stark ist, dass diese Figur irgendwo in Afrika oder im Urwald landet. Und dann hast du halt diese Klischee-Darstellung von irgendwelchen Figuren, so indigenen Völkern, die natürlich Totenköpfe und Knochenschmuck tragen und dann auch komische Grammatik benutzen und dann halt irgendwie den Ball als Zeichen Gottes interpretieren oder so. Und was auch damals Gang und Gäbe war. Also das war ja auch total unreflektiert und ich habe das ja auch nie als Problem wahrgenommen, weil es einfach überall in allen Medien so dargestellt wurde. Aber heute, wo man da auch selber schon ein bisschen mehr gelernt hat und diese Problematik versteht, weiß man dann so, ja, okay, vielleicht dieses Panel sollte man vielleicht irgendwie rausschneiden oder nochmal neu zeichnen. Ja, klar, natürlich so die Darstellung der Zeit, also wenn ich mich dann an meine Kindheit zurückerinnere und an diverse Süßwaren, die mit, also ich meine, der Sarotti hat ja mehrfach das Logo abgeändert, aber der, erinnerst du dich, kennst du noch, dass, wofür, oder wie für Soft-Eis früher geworben wurde? Kennst du noch die Figur für Soft-Eis? Nein. Also Soft-Eis gab es ja dann gerne auch so mit so einem Schokoladenüberzug und das war der Eismoor und da gab es dann, also an den Läden, wo es so ein Soft-Eis eben gab, gab es draußen dann das Schild von dem Eismoor. Und das war dann eben so eine Comic-Figur, so ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, also so eine schwarze Comic-Figur, so im Röckchen irgendwie, das ist so eine Dschungelfigur in Anführungsstrichen. Oh nein, auch noch Geschick-Klamotten. Ja, 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 total, also und durch diese Figur, also es hieß eben auch Eismoor, dann, da wusste man, okay, da gibt es so Soft-Eis und ich kann es mit Schokoladenüberzug haben, der Eismoor. Ja, das, äh, die 80er. Ja. Gut, aber, naja, das, äh, das war halt mal so. Ja, ist nicht gut gealtert, sagen wir so, sollte man jetzt vielleicht nicht mehr verwenden. Aber wie gesagt, das sind dann natürlich eben auch solche, äh, solche Vorbilder vielleicht gewesen für, für die, die japanische Wiedergabe von, von solchen Tropen dann auch. Ja, klar, das kommt ja, kommt ja alles nicht von ungefähr. Ähm, und wie, wie wir auch schon gesagt haben, also dieses Thema Rassismus ist, ist ja in Japan noch gar nicht aufgearbeitet, ähm, aber ich meine, das ist ja auch, also selbst jetzt hier in, in den westlichen Ländern beginnen wir zwar damit aufzuarbeiten, aber du begegnest ja trotzdem, äh, permanent noch so rassistischen Darstellungen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir auf einem hohen Ross sitzen und sagen, ah, wir stehen da ja so voll drüber. Ja, ja. Äh, sondern das Problem gibt's ja bei uns auch noch. Ja, so. Aber man, also ich, ich finde halt, man muss, man muss es halt schon erwähnen. Also wie gesagt, ich finde Dr. Slum insgesamt richtig geil und ich kann's jedem immer noch empfehlen, weil halt dieser Gag und auch diese, diese Zeichenkunst richtig gut ist. Ja. Ähm, aber trotzdem muss man eben heute sagen, es gibt halt kleine Abers und das ist eben so dieses, dass es an manchen Stellen sehr rapey ist, ähm, und eben, dass diese Darstellung, äh, von schwarzen Charakteren nicht so gut ist. Und wenn man halt sagt, so, okay, also dann kann man halt selber entscheiden, so, okay, ich finde, sowas konsumiere ich dann einfach gar nicht, dann ist das in Ordnung, dann ist man vorgewarnt. Oder wenn man sagt, so, okay, das ist etwas, ähm, das finde ich vielleicht blöd, aber trotzdem möchte ich wissen, um was es in Dr. Slum geht, dann kann man da trotzdem mal reingucken. Ähm, ich finde es halt immer gut, wenn man es nicht, nicht unter den Tisch kehrt. Ja. Genau. Ich überlege gerade, ich hatte das Gefühl, dass ich noch irgendwie so eine abschließende Sache sagen wollte, aber jetzt ist sie mir einfach komplett entfallen. Von daher, red du mal, vielleicht fällt es mir da noch ein. Ja, äh, ich würde jetzt dann halt auch zum Ende so, äh, kommen, also von meiner Seite, ich habe jetzt weiter eigentlich keine, keine Anmerkungen mehr, also wir haben jetzt doch, also wir haben deutlich länger geredet, als ich es mir so vorstellen konnte, weil wir jetzt natürlich auch viele Abstecher gemacht haben in anderen Bereichen, aber ich fand das auch sehr, sehr, sehr fruchtbar, ähm, als ausgehend von dem Manga auch noch andere Aspekte so mit zu besprechen. Ähm, also das hat mir auf jeden Fall schon, schon sehr, sehr gut gefallen. Also ich finde aber auch, dass der Comic wirklich sehr, sehr liebevoll ist, also sehr liebevolle Charaktere, sowohl in ihrer zeichnerischen Darstellung, als auch in ihrer, ja, in den Charakteren, in ihren Eigenheiten, ähm, das sind gute Gags und, ja, also ich finde wirklich, dass, ähm, das ist so ein Comic, den man eigentlich so nahezu jedem irgendwie mal in die Hand drücken kann. Jetzt auch gerade so die, die Fraktion, die mit, mit Manga wenig Berührungspunkte hat oder vielleicht auch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hat, ähm, und auch natürlich, also was für mich ja zum Beispiel auch immer häufig so ein, so ein Ding ist, dass Manga-Serien, wenn die dann eben 20 Bände haben, mich schon eher abschrecken. Und wenn ich mir denke, boah, will ich 20 Bände lesen oder sogar mehr und sowas. Ich bin dann immer ganz froh, wenn so Sachen irgendwie in drei Bänden abgeschlossen sind. Und hier in diesem Fall eben von diesen Gag-Dingern weiß man eben halt, ich kann im Zweifelsfall halt ein Band lesen und muss keinen weiteren lesen. Also ich habe dann, äh, ein paar lustige Geschichten und ich kann mehr lesen, aber, ähm, ich bleib jetzt nicht mit einem offenen Ende zurück und werde niemals rausfinden, wie Band 35 endet oder so. Ähm, und da. Ja, oder eine Serie wird dann einfach abgebrochen und endet nie richtig. Das ist so frustrierend. Sowas natürlich auch dann noch, ja. Also ich, ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß damit. Ich mag die Charaktere total gerne. Ich kann mir vorstellen, dass ich da dann irgendwann auch nochmal weitere Bände, äh, lesen werde und allein schon zeichnerisch und eben auch aufgrund dieser, dieser zeichnerischen Gags, die wir auch mit erwähnt haben, ähm, ähm, finde ich das absolut lohnenswert. Und ich finde es tatsächlich wirklich sehr, sehr schade, dass es da momentan keine deutsche Ausgabe davon gibt und ich denke, das wäre wirklich etwas, ähm, was funktionieren könnte, dass man, dass man das nochmal wieder neu auflegt, eben vielleicht eben auch in so diesen, diesen dickeren Sammelbänden, wo man dann mehrere Bände in, in einen Reihen packt. Ähm, also das fände ich schon eine, eine gute Sache. Also dafür, dass Dragon Ball so erfolgreich ist, finde ich es fast schon ein bisschen, ähm, überraschend, dass das Dr. Slump nicht, nicht weiter aufgelegt wurde, sondern, also. Ja, das ist, also eigentlich ist das ein Verbrechen. Und ich finde auch der, der Humor ist halt gut gealtert. Also so allgemein die Figuren und, ähm, der Witz, das hat einfach heute noch seinen Reiz und es fühlt sich so zeitlos an, weil ich meine, ich hab das eben auch, äh, keine Ahnung, in den ersten Nullerjahren gelesen. Und da war das ja schon 20 Jahre alt. Und das ist, das kam mir als neu und frisch vor. Also das ist ja schon absurd, dass es damals schon 20 Jahre alt war und jetzt ist es 20 Jahre her, dass es in Deutschland rauskam. Und, und trotzdem ist es eben dieses, dieses Frische. Es hat, es hat was so Erfrischendes, dieser Humor. Also es ist wirklich gut und, ähm, das sollte auf jeden Fall nochmal neu verlegt werden. Ja. Ja. Also in der amerikanischen Ausgabe, mir ist nämlich aufgefallen, dass die Kinder, also zum Beispiel Akane und, wie heißt der, Taro, glaube ich, also der Junge, der raucht, dass die beiden öfters heimlich Alkohol trinken. Und mir ist ziemlich oft aufgefallen, also mir ist aufgefallen, wie oft sie eigentlich versuchen, Alkohol zu trinken. Und er fand's natürlich auch ein bisschen, also ich hab mir dann auch gedacht, das ist auch so eine Sache, die man heute wahrscheinlich nicht mehr machen würde, aber die schon ein bisschen witzig ist. Und dann dachte ich mir, ist das in der amerikanischen Version zensiert? Boah, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Da kann ich mich jetzt nicht explizit dran erinnern, ob das da vorkommt oder ob es nicht vorkommt. Also ich hab da weder in die eine noch in die andere Richtung gerade eine aktive Erinnerung, ehrlich gesagt. Ja, also zum Beispiel auch die Geschichte, wo dann Akane und Aralee den Po versohlt bekommen von der Lehrerin, was auch super altmodisch gerade klingt, wenn ich so ausspreche. Da ging's auch darum, dass sie heimlich getrunken haben und Aralee war dann, glaube ich, besoffen. Und damit kam's raus. Ja, also... Aber ja, das musst du vielleicht nochmal nachlesen. Es wäre nämlich interessant, das zu wissen. Also allgemein würde mich das einfach interessieren, ob das zensiert wurde oder nicht. Ja, müssen wir vielleicht wirklich einfach mal die zwei Bände nebeneinander legen oder die drei Bände. Also vielleicht müssen wir uns nirgends mal treffen, bringe ich die englischen mit und du bringst die deutschen mit und dann können wir mal direkt vergleichen, wenn du dann vielleicht auch wirklich so die Seiten da hast und sagen kannst, okay, da gleichen wir jetzt mal ab. Ja, zum Beispiel auch mit der Geschichte, wo eben sie diese Kamerafuture haben. Und wenn man da ein Foto macht und halt eine Jahreszahl einstellt, dann sieht man, wie halt die Person oder das Objekt in diesem Jahr aussieht. Also du kannst sozusagen Kaulquappen fotografieren und siehst dann, dass sie in einem Jahr zu Fröschen werden. Und da wurden ja im Deutschen die Jahreszahlen angepasst. Wurde das im Englischen auch gemacht? Weißt du das gerade? Nein, nein, weiß ich gerade nicht. Ach, jetzt tue ich dich total blabieren hier vor allem. Diese Extremdetails, die du dir über 20 Jahre hinweg ins Gehirn gebrannt hast und ich jetzt bei einmaligem Lesen nicht auswendig parat habe. Ja, mir ist es halt so aufgefallen, jetzt nochmal beim Lesen, da kam halt dann die Jahreszahl 2010 und das war halt für die voll krass in der Zukunft. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, war das auch für mich voll krass in der Zukunft, weil ich habe halt mein Abi mit 2008 gemacht, äh in 2008. Und ich konnte mir halt als Teenager nicht mal vorstellen, das Abi zu kriegen, also das war so weit weg für mich. Das heißt, 2010 war halt wie 100 Jahre in der Zukunft und jetzt sind wir halt im Jahr 2021 und das ist halt so ein Mindfuck, wenn man diese alten Bände liest. Und das ist halt so die eine Geschichte, wo man halt plötzlich den Zahn der Zeit merkt und sich so denkt so, oh fuck, ich bin alt. Oh mein Gott, wie alt sind alle diese Charaktere, oh mein Gott, wie sähen die heute aus? Deswegen ist mir das so im Kopf geblieben, deswegen habe ich mich gerade gefragt, wie das im Englischen gelöst wurde. Also ich, so wie ich das jetzt hier sehe, also ich habe mir die Geschichte jetzt gerade mal hergeblättert. Die, also die, wir haben hier ein Bild von Senbei von 1995 und das mit den Kaulquappen, das ist dann 1981. Also das scheint das Originaljahr zu sein, also von den Kaulquappen zu Brosch, da steht 1981 auf dem Bild. Und dann bei den Kindern, die sind dann 1990, also das scheinen die Originaljahre aus der japanischen Fassung zu sein. Ja, das ist ja, das ist schon interessant, weil als ich das als Teenager gelesen habe, habe ich natürlich überhaupt nicht über diese Jahreszahlen nachgedacht, weil das war ja für mich jetzt Zeit. Ja. 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 Die Jahreszahlen, finde ich, zieht das ja einen in dem Moment aus der Story raus und das ist, das ist eben interessant, diese Entscheidung, dass im deutschen Sicht der oder die Übersetzerin gedacht hat, okay, da nehme ich mir die Freiheit raus und passe es eben für das deutsche Publikum an. Während eben im Amerikanischen wurde ja die Entscheidung getroffen, okay, wir machen das originalgetreu, wir übersetzen die Jahreszahl so, wie sie dasteht. Ja. Das macht ja schon einen Unterschied. Äh, tut's auf jeden Fall, das ist natürlich eine Entscheidung, ähm, also zum einen will ich jetzt so tun, als würde die Geschichte in dem Jahr spielen, in dem sie auf Deutsch erscheint, also im Jahr 2002 zum Beispiel. Äh, und geh damit aber die Gefahr ein, dass andere Sachen nicht richtig passen, also weil, also ansonsten wirkt die Welt in diesem Comic einfach nicht nach 2000er Jahren. Äh, und jetzt, wenn wir jetzt mal zum Beispiel jetzt von heute ausgehen würden und du nimmst eine Geschichte, die 20 Jahre alt ist, als es noch keine Smartphones gab und du tust aber so, als wäre es jetzt heute und du stellst fest, es existieren aber keine Smartphones in dieser Geschichte, das ist ja dann irgendwie nicht, nicht realistisch, ähm, und in der amerikanischen Ausgabe hat man sich offensichtlich entschieden, naja, die Geschichten spielen ja offensichtlich irgendwie so in den 80er Jahren, dann können wir jetzt auch nicht so tun, als wäre, würde auf diesen Fotos andere Daten draufstehen, ähm, ja, es ist, äh, ist, äh, ist auf jeden Fall eine eine interessante Beobachtung. Es ist, ich finde, das ist auch eine interessante Frage, weil es stimmt schon, dass, ähm, wenn man jetzt die Bände heute nochmal rausbringt, würde es vielleicht schon auffallen, dass Smartphones und Tablets und sowas fehlen, gleichzeitig, ähm, habe ich auch, ähm, The Chilling Adventures of Sabrina auf Netflix geguckt, was ja diese düstere Neuauflage von, äh, von der Hexe Sabrina war. Ja, und da haben sie es bewusst so gemacht, dass du eigentlich nie elektronische Geräte gesehen hast, und es gab dann halt echt die Frage, so, Moment mal, in welcher Zeit spielt das eigentlich, weil auch die Klamotten so ein bisschen altmodischer waren, ähm, aber die Figuren dann natürlich so ein bisschen so das Mindset von heute hatten, dann habe ich mir auch gedacht, so, hä, soll das in der Vergangenheit spielen? Und das ist mir dann erst mal ein paar Staffeln aufgefallen, also mir ist am Anfang diese Abwesenheit von Handys nicht aufgefallen, ähm, und dann habe ich es mal recherchiert, also habe ich echt so Foren durchgelesen, und da wurde halt genau diese gleiche Frage gestellt, ähm, so, welcher Zeit spielt jetzt eigentlich Sabrina? Aber dann wurde halt gesagt, so, ja, in manchen Szenen, also ich glaube auch schon in Staffel 1, kommt, glaube ich, kurz ein Laptop vor, und irgendwo auch kurz ein Handy, und tatsächlich in der letzten Staffel gab es so eine Folge, wo auch wieder ein Laptop und ein Handy da waren, und es hat sich plötzlich so falsch angefühlt, also es ist so richtig, diese Szene ist so richtig rausgestochen, und da wurde einem das aber erst wieder bewusst gemacht. Das heißt, wenn eine Geschichte irgendwie gut und spannend geschrieben ist, fällt einem manchmal die Abwesenheit von einem Handy nicht auf, wobei es natürlich auch Fantasy war, also es waren ja viele Hexen und so, und die brauchen vielleicht auch keine Handys, und dann denkt man nicht so darüber nach. Aber ich weiß gar nicht, die Welt von Dr. Slump ist eh so abgefahren und so anders, dass vielleicht auch da die Abwesenheit von Smartphones gar nicht auffallen würden im ersten Moment. Ja, ich glaube auch in diesem speziellen Fall nicht, also es käme halt tatsächlich auf die individuelle Geschichte darauf an, wie sehr sie in ihrer Zeit definierbar ist und erkennbar ist, also wenn die Welt eindeutiger als 80er Jahre erkennbar ist, und dann diese Fotos dann aber 2020 sagen würden, das würde halt irgendwie eine Diskrepanz darstellen, das müsste man dann eben individuell entscheiden, also ja, das ist ein interessanter Gedanke, interessante Beobachtung finde ich auf jeden Fall, ja. Ja, ich weiß auch gar nicht genau, wann die das erste Mal in den USA erschienen sind, also in diesem Band steht jetzt First Printing 2005, wobei ich mich jetzt daran nicht mit absoluter Sicherheit festmachen würde, dass es tatsächlich erst 2005 in den USA erschienen ist, es kann auch sein, dass das vielleicht vorher schon mal woanders erschienen ist, also das weiß ich jetzt nicht mit Sicherheit. Also was ich mir gut vorstellen kann, dieser Manga-Anime-Craze oder diese Welle, die ist ja nach Europa und nach Amerika recht zeitgleich gekommen, dass es eben auch so in den Null-Nuller Jahren wahrscheinlich da zum ersten Mal rauskam, also jetzt 2005 oder 2000, also einfach nur 2000, das ist ja auch nur ein Unterschied von fünf Jahren, ja, es macht dann gar nicht so viel aus. Ja, es kann durchaus sein, dass 2005 wirklich die Erstausgabe in den USA war, also es ist nicht unmöglich, also ich merke das auch heute an Manga, dass es so, wenn ich mich mit amerikanischen Freunden austausche zum Manga, dann stellen wir häufiger fest, dass manche Manga bei uns zuerst erscheinen und dann ein bisschen später bei denen oder eben umgekehrt, dass eben manche bei denen zuerst erscheinen und dann erst ein paar Jahre später bei uns und manche Sachen natürlich auch gar nicht, ist auch ganz klar und so. Aber ja, das ist uns schon mehrfach passiert. Ja, also das ist wirklich interessant, so wenn man die, wenn man anschaut, wie eben die Manga-Anime-Kultur in den Westen kam, dann ist es wirklich von Land zu Land auch so ein bisschen unterschiedlich. Und zum Beispiel habe ich mal ein interessantes YouTube-Video gesehen über Südamerika und dass sie richtig geile Anime hatten, die es gar nicht irgendwie nach Nordamerika und nach Europa geschafft haben. Oder in Nordamerika wurde dann ein Ding total zensiert und zerschnitten und neu vertont und irgendwie einfach neu geschrieben und das war dann der absolute Bullshit und das war aber eine richtig geile, dramatische Anime-Geschichte. Und so ganz Südamerika hat halt diese Anime-Kultur, also das ist halt für die so ein Kulturgut, so ein Meilenstein wie halt bei uns Dragon Ball. Und Nordamerika und Europa, denen fehlt halt dieser Kontext total und was eben zum Beispiel im englischsprachigen Raum so war, durch die krasse Zensur von Amerika, ist ja, dass bei Sailor Moon das lesbische Pärchen Cousinen waren in der Übersetzung. Und dann aber so touchy-feely waren, was halt einfach dir so voll den Incest-Vibe gegeben hat. Und das ist ja auch das, was dann in UK rauskam. Das heißt auch, die europäische, englischsprachige Region hat dann auch eben diesen zensierten Touchy-Feely-Incest-Vibe, während halt im Deutschen wurde das gar nicht zensiert. Das wurde halt einfach so übersetzt und die waren da erstaunlich cool mit. Also das hätte ich auch nicht von Deutschland gedacht, aber ich habe es als Kind überhaupt nicht gecheckt. Aber wenn du es dir halt dann nochmal anguckst, dann weißt du halt so, wow, ja, das ist halt einfach ein lesbisches Pärchen. Und später kommen halt dann diese Starfighter, die einfach bei der Verwandlung ihr fucking Geschlecht wechseln. Und ich habe es als Kind auch nicht gecheckt. Ich habe da nie auf die Brüste geguckt. Ich habe das nicht gerallt, dass sie ihr Geschlecht gewechselt haben. Und das war zum Beispiel auch etwas, das wurde in mehreren Ländern zensiert. Und zum Beispiel in Italien haben sie es damit begründet, dass dann nicht die Männer zu Starfightern werden, die dann weiblich sind, sondern die Männer tun dann ihre Zwillingsschwester rufen, die halt ein Starfighter ist. So hat es dann in der Übersetzung gelöst. Damit da diese Geschlechterkonfusion thematisiert wird. Also ich finde es halt witzig, wie krass Erwachsene dann darauf reagieren und wie schockiert sie sind, wenn ich darüber, also so nach dem Motto, oh Gott, das können wir doch nicht Kindern zeigen. Und ich als Kind habe das ja unzensiert gesehen und habe es einfach nicht gerallt, weil ich darauf nicht geachtet habe. Und weil ich irgendwie davor keine Verbindung mit solchen oder keine Bezugspunkte zu solchen Themen hatte. Also das ist halt auch super witzig. Das kann halt einfach ein Kind überhaupt nicht tangieren. Und Erwachsene sind dann so, oh mein Gott, das müssen wir zensieren. Aber da ist halt echt jedes Land so ein bisschen anders damit umgegangen. Also ich finde das irgendwie spannend, weil wir halt im Westen nicht so diese eine Manga-Anime-Geschichte haben. So das kam in den Westen und das hat dann alles verändert, sondern das ist dann eben in Deutschland ist die Geschichte komplett anders als in Amerika oder dann eben in Südamerika. Ja, super spannend auch, ja. Ja, cool. Und es kommt ja auch häufig oder das heißt hin und wieder zumindest mal auch darauf an, gerade in Deutschland, aus welcher Sprache werden die Manga überhaupt übersetzt? Werden sie direkt aus dem Japanischen übersetzt und häufig werden sie ja aus dem Französischen übersetzt, die zuerst rausgebracht haben und so. Und das heißt, wenn die das in Frankreich schon anders übersetzen, dann taucht es in Deutschland dann auch anders auf, wenn man sich an der französischen Ausgabe orientiert und so. Aber okay, super spannend. Cool. Auf jeden Fall. Das war mir eine ganz große Freude. Ich finde es wunderschön, dass das jetzt geklappt hat. Ich glaube, das war... Ja, ich finde es auch richtig geil. Es war Haufen drin. Also eigentlich müssen wir jetzt als nächstes irgendwie New Doctor Slum durchnehmen. Dann, also wir recherchieren mal, was war das überhaupt, wie viel gab es da und kommt man da irgendwie ran und dann können wir ja mal gucken, ob wir noch eine New Doctor Slum Folge dann irgendwann mal nachlegen. Ja, ob das überhaupt was ist, was genug Inhalt für uns hat. Ich meine allgemein, also ich will mich jetzt hier nicht bei den Comic-Cookies reindrängen oder so, aber allgemein, glaube ich, hätte ich voll Bock, nochmal über Radma 1,5 zu reden, falls du da jemals Interesse hast, weil das auch eben ein Ding ist, was für mich damals ganz prägend war und wo ich total viele Bände gesammelt habe. Und womit ich mich aber letztens auch nochmal neu beschäftigt habe und mir gedacht habe so, okay, krass, also da sind manche Sachen auch richtig schlecht gealtert und anderes ist immer noch ziemlich cool und das Thema ist einfach sehr faszinierend. Also wenn du da jemals Bock drauf hast, dann sag Bescheid. Sehr gut. Ich mag es immer, wenn Leute sich selber einladen und Themen vorschlagen. Also ich werde mich mal mit dran, mal eineinhalb auseinandersetzen. Also ich kenne es dem Titel nach und habe bestimmt auch schon mal drei Sätze drüber gelesen, aber weiß nicht viel drüber. Also ich werde mich mal damit auseinandersetzen und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht auch nochmal eine solche Folge dazu machen. Notfalls kann ich dir auch ein paar Bände leihen, wenn du Bedarf hast. Also ich habe jedenfalls keine im Regal stehen. Ich müsste dann halt gucken, ob man sie momentan irgendwo herkriegt und ansonsten kriege ich sie. Ja, das ist nämlich auch die Frage. Da bin ich mir nämlich auch nicht sicher, ob du die noch in Deutschland herbekommst. Wir werden es rausfinden. Cool. Also dann nochmal für alle Zuhörenden. Ihr folgt jetzt natürlich direkt, wenn ihr es nicht schon irgendwann innerhalb der letzten zweieinhalb Stunden gemacht habt, Bopo Lena auf Instagram. Schaut euch mal das Patreon an und schreibt lauter nette Kommentare, was für eine fantastische Expertise Lena hier in diese Folge mitgebracht hat. Und natürlich auch Unterhaltungswert. Wahrscheinlich kommen dann die Kommentare so, boah, die ganze Zeit hast du die Hauptperson falsch ausgesprochen. Ich konnte mir das nicht anhören. Ich hasse dich. Also ich kenne natürlich nicht alle unsere Zuhörenden, aber was ich, den kleinen Überblick, den ich bisher habe, die meisten sind jetzt auch noch nicht als große Manga-Experten aufgefallen. Also ich habe ein bisschen die Vermutung, dass unser Manga-Publikum die Minderheit ist. Ich weiß es nicht über 100 Prozent. Also die Manga-Fans da draußen, die schon lange Comic-Hookies-Hörer sind, dürfen jetzt sich auch alle gerne melden und sagen, haha, wir sind da und wir wissen es besser. Wunderschön, macht auf euch aufmerksam. Gut, also vielen Dank Lena, das hat mir großen Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Es war auch eine große Freude, nochmal Dr. Slump lesen zu können für den guten Grund hier jetzt im Podcast und einfach mal darüber abnerden zu dürfen. Das macht schon sehr viel Spaß. Fantastisch. Willst du noch irgendwas pluggen, noch irgendwas sagen, wo Leute hinschauen sollen außer deinem Instagram-Account? Oder irgendeine Message an die Welt? Nee, also ja, Message an die Welt ist, wenn ihr zufällig jemanden für Workshops braucht, dann könnt ihr mich gerne einladen. Ich habe einen Workshop zum Thema Intersektionelles Character Design, was vielleicht ein ganz passendes Thema jetzt ist. Genau, weil mein Workshop-Game ist gerade ziemlich neu, aber es macht ziemlich viel Spaß. Von daher, falls ihr irgendwie so Kulturveranstaltungen oder sowas macht, schreibt mich einfach an. Ansonsten freue ich mich einfach, wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt über Instagram, da bin ich am aktivsten. Könnt ihr auch echt gerne eure Meinung zu dem Podcast schreiben oder irgendwelche Fragen. Aber ansonsten hast du ja schon alles geplackt. Also klar, ich freue mich immer über eine Spende auf Ko-Fi oder eine Unterstützung auf Patreon. Das ist cool. Aber ja, Follower oder ein Like ist auch eine nette Sache. Und ansonsten einfach mal die Augen offen halten. Vielleicht veröffentliche ich ja die nächsten Jahre mal ein Comic in Deutschland. Es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Die Fähigkeiten hätte ich, die Kontakte hätte ich. Ich müsste nur mal die Projekte fertig zeichnen. Deswegen sind jetzt auch wieder alle aus der Zuhörerschaft aufgerufen, nicht nur Lena zu folgen, sondern dann auch gleich ein bisschen zu sticheln. Hier, komm, mach mal. Wir wollen einen Comic sehen. Ja, wirklich. Ich glaube, ich brauche das. Ja, der Ansporn, dieser Druck muss jetzt einfach aufgebaut werden. Da kriegen wir doch ein paar Leute zusammen. Ja. Sehr schön. Also, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs Zuhören an alle dort draußen. Und wir hören uns dann in Bälde wieder bei einer anderen Folge der Comic Cookies. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.